Willkommen im Jackie Chan Extended Universe und im Meister aller Podcasts. Mit mir, eurem Moderator Thorsten Bose. Hört sich gut an, aber ich kann das nicht akzeptieren. Ich habe den Auftrag angenommen und führe ihn aus. Das bin ich meinem guten Ruf schuldig. Ja und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Meister aller Podcasts, dem ersten und einzigen Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Mein Name ist Thorsten Bose und ja, herzlich willkommen auch zur allerletzten Folge, zur Abschlussfolge im Meister aller Podcasts. Ich weiß, viele von euch sind traurig drüber. Ich bin es ehrlich gesagt auch, aber ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen mehr als ihr. Deswegen weiß ich auch, dass es weitergehen wird im Jackie Chan Extended Universe. Was das genau ist, darauf gehe ich heute noch genauer ein, aber wir fangen erstmal langsam an. Ich stelle euch ein paar Themen vor, worum es heute geht und ich werde definitiv noch die ein oder andere Überraschung für euch haben. Also bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt, was euch heute in der 50. Folge im Meister aller Podcasts alles so präsentiert wird. Ja, ursprünglich wollte ich gar keine Abschlussfolge machen, denn ich habe vor Monaten und das war jetzt schon im Juni 2023, wenn nicht sogar ein bisschen früher, die Entscheidung getroffen, dass ich den Podcast auslaufen lassen werde. Ich wusste nur noch nicht genau wie, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine Liste mit jeder Menge Themen, die ich abarbeiten wollte und habe mir gedacht, ich mache das jetzt so, ich produziere ein paar Folgen auf Halde, veröffentliche die in einem gewissen Intervall und mache mir währenddessen einfach mal Gedanken drum, wie soll es weitergehen. So, gesagt, getan. Die letzten sechs, sieben, acht Folgen waren vorproduziert. Die habe ich im Juni, Juli vorproduziert und seitdem habe ich auch nicht mehr an den Podcast gedacht. Das war ganz gut. Ich konnte geistig ein bisschen Abstand dazu gewinnen und habe viel nachdenken können. Aber auch nicht nur, denn während dieser Zeit habe ich noch an einem anderen Projekt gearbeitet, Top Secret bis zu diesem Zeitpunkt und das hat meine ganze Aufmerksamkeit gefressen. Plus noch ein paar private Gründe, auf die ich heute auch noch eingehen werde. Ja, und jetzt sind wir heute an dem Punkt, wo ich diese Abschlussfolge präsentieren kann und ich muss sagen, es ist die richtige Entscheidung gewesen, so eine Folge noch rauszuhauen. Mir wurde empfohlen, so eine Abschlussfolge zu machen, auch wenn es nur für mich sein sollte. Also quasi einen Abschluss für mich finden. Ich muss sagen, den Abschluss hatte ich schon selbst im Juni, Juli. Deswegen für mich hätte ich diese Abschlussfolge nicht gebraucht. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es hier offene Fragen gibt, die vor allem meine treuen Hörer, die seit Tag 1 dabei waren, gerne beantwortet haben wollen. Und nicht nur aus diesem Grund mache ich die Folge, sondern ich habe mir gedacht, es war eine Heidenarbeit, fast vier Jahre lang diese Folgen zu produzieren. Und hey, vielleicht mache ich es doch auch für mich. Ich mache jetzt einfach mal so eine kleine Retrospektive und schaue mal, was da eigentlich für eine Arbeit drin steckt. Was sich in diesen Monaten und Jahren alles getan hat und wie ich mich selbst auch entwickelt habe, als Autor, als Podcaster. Das war auch eine Frage von euch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir enden heute auf die 50. Folge. Und ich habe ein paar Themen vorbereitet. Ich springe einfach mal kurz durch und sage euch, worum es heute gehen wird. Also ich nenne euch zum ersten Mal so ein paar Gründe, warum der Meisterler Podcast jetzt endet. Wir blicken ein bisschen auf fast vier Jahre im Podcast zurück. Ich gebe euch ein paar Statistiken mit an die Hand. Und ich erkläre euch nochmal, was das Jackie Chan Extended Universe ist und das an einem heutigen Fallbeispiel. Also das wird die erste Überraschung sein. Dann habt ihr, wie gesagt, ein paar Fragen eingeschickt. Eigentlich, nee, ein paar ist gut, sondern ihr habt jede Menge Fragen eingeschickt, aber ich werde nicht alle beantworten können. Dafür reicht die Zeit nicht aus, denn auch diese Folge muss ich ein bisschen vorproduzieren, beziehungsweise immer mal Pause machen. Darauf gehe ich gleich auch noch ein. Aber ich versuche so viel wie möglich zu beantworten und dann natürlich die Frage aller Fragen. Ja, wie bleibt ihr denn in Zukunft up to date, wenn der Meisterler Podcast in Zukunft nicht mehr existieren wird? Und keine Sorge, dafür habe ich gesorgt. Ja, und am Schluss habe ich noch so ein paar Fragen an euch, an die Community. Und da würde ich euch bitten, aufmerksam zuzuhören und mir eure Antworten dazu zu schicken, auf welchem Wege auch immer. Denn da wird es auch noch die ein oder andere Überraschung geben. Seid also gespannt. Ich bin gespannt, wie wir heute durchkommen, wie lange die Folge hier wird und vor allem bin ich auf eure Reaktionen gespannt. Ja, blicken wir mal kurz zurück auf fast vier Jahre Meisterler Podcast. Wie hat das Ganze angefangen? Ende 2019 habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, einen Jackie Chan Podcast ins Leben zu rufen. Und dachte mir, ich kaufe mir mal ein Mikro und teste da einfach ein bisschen rum. Denn mit der Materie war ich überhaupt nicht vertraut. Für mich war das Podcast ein komplett neues Medium, mit dem ich mich erst mal vertraut machen musste. Und das habe ich dann die ersten Wochen getan. Mein ursprünglicher Plan war, so eine erste Staffel zu gestalten, zu konzipieren. Ein paar Folgen rauszuhauen und mal zu schauen, ob da überhaupt Bedarf zu ist, ob die Fans in Deutschland das feiern. Und ja, einfach so aus Spaß an der Freude. Wir wissen alle, was Anfang 2020 passiert ist. Die Lockdowns haben mir irgendwie in die Karten gespielt. Da man sowieso in der Zeit kaum was machen konnte, war der Podcast für mich eine willkommene Abwechslung, um mein Gehirn am Laufen zu halten, um irgendwie produktiv zu sein, die Zeit zu nutzen, um Content zu produzieren. Und mich selbst im Jackie Chan Extended Universe so ein bisschen weiterzubilden und zu verbessern. Man lernt ja nie aus. Und das waren so die Ursprünge im Meisterler Podcast. Die erste Staffel waren dann so, ich glaube, neun Folgen. Die waren alle hart konzipiert. Also, wenn man da heute nochmal zurückblättert und die Reihen und da reinhört, dann hört man definitiv, dass ich da fast alles ablese. Es hat einen ganz eigenen Charme, wie so eine Art Hörspiel. Natürlich ganz low budget, no budget produziert. Ein bisschen schäme ich mich dafür, aber ein bisschen bin ich auch stolz auf meine Entwicklung. Denn in der zweiten Staffel, ja, wurde es denn frei Schnauze. Also, ich habe immer noch ein bisschen konzipiert. Ich meine, solche tiefen Recherche muss man auch definitiv vorbereiten. Aber die zweite Staffel war dann ein bisschen locker und mehr frei Schnauze. Und in der dritten Staffel dachte ich mir, ich bringe das Ganze noch ein bisschen auf ein anderes Level. Habe mir noch mehr Freiheiten rausgenommen und Themen behandelt, die auch das Jackie Chan Extended Universe ein bisschen ausdehnen. Also, Themen, die jetzt nicht direkt was mit Jackie zu tun haben, sondern indirekt Bezüge zu ihm aufweisen, zu seinen Filmen. Zum Beispiel habe ich eine Folge über die Rush Hour Serie gemacht. Da hat Jackie überhaupt nichts mit zu tun. Aber Rush Hour ist ein Jackie Chan Film und die Serie wird es ohne Jackie nicht geben. Also gibt es darüber auch eine separate Folge. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen. Lass mich mal kurz gucken, wann das war. Genau, ab 19. März 2023. Das war die 34. Folge. Erst ab dann war ich auf Spotify vertreten und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Muss man sich mal überlegen. Es ging drei Jahre lang nur über YouTube. Und das hat solche Kreise gezogen, dass Leute gesagt haben, hey, ich würde dich gerne in meiner Spotify-Playlist haben. Ich würde dich gerne auf iTunes haben oder so. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich das lange vor mir hergeschoben, weil mir das einfach zu viel Arbeit war und ich nicht wollte, da nochmal die ganzen alten Folgen reinzupflegen. Das ist eine heiden Arbeit. Naja, und dann kam es irgendwie so, dass ich dann doch Zeit dazu hatte. Und ich dachte, komm, mach mal ein Wochenende, gönn dir das und hämmer in die Tasten. Und ja, seit Ende März 2023 gibt es diesen Meisterler-Podcast auf allen bekannten größeren Podcast-Plattformen. Und in dieser Zeit war ich wieder ein bisschen experimentierfreudig. Ich habe dann die sogenannte Leckerbissen-Kolumne eröffnet. Das sind so kürzere Folgen, in denen ich jetzt nicht so ein Thema bespreche, das jetzt über eine Stunde gehen würde. Das ist eher so wie eine Nachrichtensendung. So ein paar Minuten über ein gewisses Thema, ein kleines Update zu einem Artikel, den ich geschrieben habe oder zu einem neuen Film, der jetzt rauskommt. Ja, und so hat das sich bis heute alles entwickelt. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum höre ich an dieser Stelle auf? Wenn sich das alles so gut entwickelt hat und ich sogar noch mit einer zweiten Kolumne namens 5 Minuten nach, das ist die Kolumne, wenn ein neuer Jackie Chan-Film rauskommt, sichte ich den, mach das Mikro an und bespreche den direkt mit ein paar Notizen, die ich gemacht habe. Warum höre ich an dieser Stelle auf? Ja, und jetzt kommen wir zu den Gründen, die ich euch gerne mitteilen werde. Ich versuche mich kurz zu fassen, denn ich könnte hier wirklich stundenlang schwadronieren. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Ihr wollt einfach kurz und knackig die paar Gründe genannt haben und die bekommt ihr auch. Der erste Grund ist, durch die Corona-Jahre und die ganzen Lockdowns hat sich auch so ein Podcast verändert. Die Videopodcasts, die haben den Audiopodcast überrannt, ich will nicht sagen überholt, aber überrannt, vor allem aus Amerika. Die ganzen Stand-Up-Comedians, die in New York oder Los Angeles oder wo auch immer auf der Bühne standen, die konnten das in der ganzen Corona-Zeit nicht mehr tun und die haben eine andere Plattform gebraucht. Auch die müssen irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen und ihr Werk weiterführen. Und so haben sich dann ein paar Leute zusammengetan und ein Videopodcast nach dem anderen schoss aus dem Boden. Sei es jetzt, dass sie sich ein Büro angemietet haben oder aus der Garage zu Hause. Und diese Videopodcasts, die kamen weltweit gut an und haben Unmengen an Meme-Material, für Meme-Material gesorgt. Und das hat das Ganze so ein bisschen, also das Machtgefüge so ein bisschen verschoben. Filmpodcasts hat es immer schon gegeben, ob Audio oder Video oder beides. Und die wird es auch in Zukunft immer wieder geben. Aber viele Interessenten haben sich Videopodcasts angeschaut und wollten gute Laune haben. Ich wollte immer im Audiobereich bleiben. Ich wollte mir nie irgendwie eine krasse Videocam kaufen und da mit Streamyards bzw. Stream-Elements und was weiß ich noch alles rum experimentieren. Ich habe das versucht, ich habe es hinter den Kulissen getan, aber das war so aufwendig, dass ich gedacht habe, das führt von meiner ursprünglichen Idee einfach weg. Meine ursprüngliche Idee war ein Podcast von Fans für Fans. Absolute Nische, kein Mainstream. Natürlich werden da auch Mainstream-Themen angesprochen. Aber das ist ein Podcast, den muss man suchen. Der soll jetzt nicht irgendwie das nächste Meme für TikTok oder so bereitstellen, sondern hier sollen Lücken gefüllt werden. Das war immer mein Anspruch. Das war auch schon mein Anspruch mit dem zweiten, mit dem ersten Filmführer. Das ist quasi das, was ich im Jackie Chan Extended Universe mache. Lücken füllen, Tiefenrecherche, Grundlagenforschung und darüber berichten. Ja und weil diese Grundlagenforschung immer zeitintensiver wurde, ist der Zeitfaktor natürlich auch ein Punkt, warum ich in Zukunft da nicht mehr so großartig zu kommen werde. Ich habe es gerade angesprochen, ich wollte nie so den Videopodcast machen. Ein gutes Beispiel wäre hier Scott Adkins, der mit seinem Art of Action Podcast unheimlich krassen Content verbreitet. Und da muss ich sagen, so einen Scott Adkins, den will man natürlich auch sehen. Wenn er jetzt, ob jetzt ein Andy Chang oder ein Richard Norton da vor der Kamera sitzt, da ist auch die Qualität vollkommen egal. Man will diese Personen interagieren sehen. Mich muss man nicht sehen. Ich bin keine Person des öffentlichen Lebens. Mir geht es darum, dass ich Informationen mit euch teilen kann. Vielleicht ein paar Anekdoten erzähle, vielleicht ein bisschen meinen Style mit verbreite, ein bisschen Humor mit einspiele. Aber hey, das war es dann auch schon. Ja und ich habe es gerade erwähnt, die Nische bedienen, das war immer mein Steckenpferd. Da ist natürlich weder viel Geld mit zu verdienen, noch eine große Reichweite zu erzielen. Aber das war auch nie meine Intention. Also so blöd wie es klingt, der ein oder andere mag es vielleicht nicht verstehen. Aber nicht jedes Projekt, das man sich vornimmt, muss die größte Reichweite haben. Und im Verlauf der letzten vier Jahre ist mein Podcast unheimlich groß gewachsen. Ich habe mittlerweile eine Reichweite, auch dank Social Media. Die habe ich nie forciert, die habe ich nie angepeilt. Die ist organisch gewachsen. Da bin ich auch dankbar drum. Aber ich sehe mich nicht als der Alex Jones oder der Joe Rogan, der da jetzt vor der Kamera sitzt und Gäste einlädt. Ich könnte das machen und ich hätte auf der einen Seite auch Bock drauf, aber der Zeitfaktor spielt hier eine absolut krasse Rolle. Damit einhergehend auch der Kostenfaktor. Denn wenn man Zeit investiert, muss man auch Kosten investieren, um Ausrüstung zu haben, die einzurichten und auch zu benutzen. Und ab dann wird es schon fast ein Gewerbe. Denn wenn es jetzt darum geht, Gäste einzuladen und ein Gespräch zu führen, dann will man da natürlich auch eine gute Technik haben. Dafür sorgen, dass eine gute Audioqualität garantiert ist. Man verbreitet ja auch dann ein gewisses Image, was auf die Gäste zurückfällt. Das heißt, man hat hier eine hohe Verantwortung in Kombination mit Zeit und Kosten. Und auch das würde meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr von dem Podcast abweichen. Ja, es wäre cool, wenn man mal so ein paar Gäste interviewen würde. Ich habe in der Vergangenheit das alles schriftlich gemacht für meine Bücher und Artikel und werde das auch in Zukunft weiterhin so machen. Das ist für mich halt der angenehmere Weg, weil es einfach zeitsparender ist. Ich versuche halt immer noch eine Lösung zu finden, wie man das Ganze in Video- und Audioform gestalten kann, sodass man halt relativ schnell Content produziert. Aber es ist halt einfach nicht möglich. Guter Content braucht Zeit. Und die habe ich in diesem Fall leider nicht zur Verfügung. Warum habe ich die nicht zur Verfügung? Ganz einfach. Ein Tag hat 24 Stunden, die Woche hat sieben Tage. Das klingt erstmal ziemlich viel. Aber je tiefer ich in die Recherche gehe, was Jackie Chan und seine Werke angeht, desto mehr Zeit brauche ich. Ich muss seltenes Material aus Japan, Hongkong, Korea einkaufen. Australien ist dabei, England sowieso, Amerika. Ich muss das Material sichten. Ich muss das Material vielleicht sogar übersetzen. Wenn nicht selber, muss ich es übersetzen lassen. Das heißt, hier ist noch eine dritte Person mit involviert. Das Ganze muss verarbeitet werden. Ich habe meine Datenbanken, wo die Daten eingespielt werden. Und so ein Projekt wächst mit der Zeit. Soll bedeuten, dass jetzt auch nicht nur, weil ich ein neues Heft lese oder einen neuen Film sehe, dass ich da direkt Content produzieren kann, sondern es laufen parallel eigentlich immer so 20 bis 30 offene Baustellen mit, die ich permanent füttere. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich merke, okay, hier ist jetzt genug im Eimer drin. Den kann ich jetzt mal nehmen und daraus einen Artikelkuchen backen oder sowas. Keine Ahnung. Oder eine Podcast-Folge drüber machen. Ein anderer Grund, warum ich diese Zeit nicht mehr so habe wie früher, ist mein Gesundheitszustand. Da habe ich in den vergangenen Folgen, bin ich auch immer mal so ein bisschen drauf eingegangen. Aber nie konkret werde ich auch heute nicht machen, denn das ist privat. Aber ich kann euch so viel sagen, dass mein Zwerchfell, meine Stimmbänder, meine Lunge und mein kompletter Rachenraum davon betroffen ist. Das hat sich in den letzten Jahren schon lange vor Corona etabliert und ich muss damit lernen, umzugehen. Der Podcast hat mir tatsächlich in verschiedenerlei Hinsicht dabei geholfen, aber ich komme hier schnell an meine Grenze. Also wo jemand, der, sag ich mal, drei Stunden locker durchsprechen kann, keine Probleme hat, wird mein System, wird mein Körper, wird meine Lunge nach 10 bis 15 Minuten schon so entzündet, dass ich eigentlich unterbrechen muss. Das war in den ersten Folgen definitiv nicht so. Das hat sich erst im Laufe der Zeit auch so entwickelt. Der Grund war aber definitiv nicht der Podcast, sondern einfach diese Autoimmunerkrankung. Ich muss aber auch eine Entscheidung treffen, ab wann es für mich gesundheitsschädlich wird. Und deswegen hatte ich diesen Sommer die Entscheidung getroffen, ich mache eine Pause. Ich produziere vor, aber mache eine Pause, um einfach zu schauen, wie komme ich gesundheitlich damit klar. Seit Anfang 2023 hat auch jede Folge von mir extrem lange gedauert, die aufzunehmen. Darauf gehe ich später noch genauer ein, denn eine Frage von euch war, wie produziere ich eigentlich so eine Podcast-Folge? Aber nur mal um zu sagen, dass ein gesundheitlicher Faktor hier mit reinspielt, den ich so noch nicht kontrollieren kann. Deswegen brauche ich einfach die Zeit, damit klarzukommen, um zu schauen, würde sich in Zukunft überhaupt noch ein Podcast lohnen? Oder sollte ich besser aufhören zu sprechen? Oder was auch immer. Es gibt da so ein schönes Zitat von Jackie, der hat mal gesagt, Also sowas wie, lass dich nicht von Umständen kontrollieren, ändere deine Umstände. Und das ist genau der Punkt. Ich ändere jetzt einfach was für mich, damit ich besser klarkomme. Das mag eine kurzfristige oder mittelfristige Veränderung sein, aber langfristig will ich hier für mich den größten Nutzen haben. Ja, und ein anderer Grund, warum ich den Podcast beenden möchte, ist der Zeitgeist. Und das ist eigentlich ein falscher Ausdruck, denn ich rede hier nicht von entweder den ultra-rassistischen Bewegungen oder den ultra-woken Bewegungen. Davon spreche ich überhaupt nicht. Da ich der Erfinder des Meister aller Podcasts bin, der Macher des Meister aller Podcasts bin, der Namensgeber vom Jackie Chan Extended Universe, kann ich meine eigenen Regeln in dem Podcast bestimmen und kann bestimmen, worüber ich rede und worüber nicht. Darum geht's nicht. Ich hab das auch schon öfter angesprochen, ich hab so das Gefühl, dass vor allem deutsche Fans müde geworden sind. Und ich konnte mir lange Zeit keinen Reim darauf bilden, warum das der Fall ist. Was meine ich damit, wenn ich sag, deutsche Fans sind müde geworden? Ich geh mal stark davon aus, dass die letzten Jahre, so bis 2016, 15 zurück, viele Filme von Jackie veröffentlicht wurden, die den deutschen Fan eher enttäuscht haben. Und das mag ich bis zu einem gewissen Punkt auch verstehen. Will hier gar kein großes Fass aufmachen. Darauf bin ich auch schon in ein paar anderen Folgen näher drauf eingegangen. Aber man muss auch immer so ein bisschen mit der Zeit gehen. Jackie wird jetzt 70 und der kann einfach nicht mehr wie früher und der ist halt auch am Experimentieren. Und er ist nicht seit 2015. Der hat sein ganzes Leben lang, seine ganze Karriere überexperimentiert mit Filmen. Der hat auch in den 80ern, in den 70ern schon ein paar Mal ins Klo gegriffen. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, viele Fans müssen sich selbst genauso sortieren, wie ich mich gerade. Und jeder hat da so sein eigenes Päckchen zu tragen, seine eigenen Gründe. Wenn Fans müde sind, meine ich generell Medienmüde. Man ist überfüllt von neuen Filmen, von neuen Serien. Man will hier noch was schauen, da noch was schauen. Es muss alles immer schneller gehen. Und ich glaube, das merken viele Menschen und wollen deswegen einfach Entschleunigung haben. Und das ist auch ein Grund, warum ich sage, das passt mir gerade gut in den Kram. Ich entschleunige sowieso. Ja, dann machen wir das doch gemeinsam. Und noch ein Punkt ist, wenn man merkt, man ist an einem Punkt angelangt, wo man mal Pause braucht, beziehungsweise aufhören will oder ein bisschen entschleunigen will, wie immer man das auch ausdrücken mag. Dann schafft man Platz für was Neues. Und nur wenn Platz für was Neues da ist, kann auch was Neues ins Leben kommen. Das ist jetzt sehr philosophisch ausgedrückt, aber es ist was Wahres dran, meiner Meinung nach und auch Erfahrung nach. Und deswegen schaue ich einfach mal, was nächstes Jahr so auf mich und auf die Jackie Chan Fans zukommt. Also zusammengefasst gibt es da ein paar Gründe, die ich genannt habe. Ich werde aber nicht aufhören, jetzt Jackie Chan Fan zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da gab es auch ein Missverständnis, weil ich vor einem anderthalben, fast zwei Jahren viele, viele Sachen von mir verkauft habe, was Jackie Chan Artikel angeht. Und ich habe da Mails bekommen, so von wegen, warum hörst du denn jetzt auf Fan zu sein? Warum verkaufst du denn jetzt deine komplette Sammlung? Ne Leute, das ist nicht meine komplette Sammlung. Ich habe hier fast tausend Filme stehen. Ich habe hier hunderte von Büchern stehen. Die ganzen Mediabooks noch nicht mitgerechnet. Ich habe Unmengen an seltenem Material hier rumfliegen. Aber es gibt halt ein paar Sachen, die betrachte ich mittlerweile als Staubfänger. Und da trenne ich mich gerne von. Erstens, weil ich damals unheimlich viel Kohle gebraucht habe, aus den gesundheitlichen Gründen. Und zweitens wollte ich einfach die Sachen an die nächste Generation weitergeben. Es gibt viele Fans da draußen, die sagen, ey, ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Was willst du denn dafür haben? Ich tue dir ein bisschen was Gutes und stoppe meine private Sammlung auf. Ja, und Platz für was Neues ist auch das Stichwort. Denn was Neues gibt es für euch jetzt auf die Ohren. Ich habe was Tolles mitgebracht. Ich werde noch gar nichts dazu sagen. Ich werde erst danach darauf eingehen. Ihr hört jetzt ein musikalisches Werk. Viel Spaß. Spar dir dein Mitleid, Ländchen. Das wirst du gleich für dich selber brauchen. Und jetzt hör endlich auf zu quatschen. Fangen an. Ich schaffe mich mühelos. Meine Adler-Clown-Technik ist einem Schlangen bis weit überlegen. Mit schönen Sprüchen allein kannst du mich nicht kriegen. Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Na los, komm doch her und zeig, was du kannst. Ich verspreche dir, dieser Kampf wird ein letzter Pei-Chi-Yen. Du hast dein Todesurteil ausgesprochen. Aber zuerst werde ich dir die Zähne einzeln ausreißen. Mit Frechheit, Mut und tausend Tricks schlagen sich ein alter Kung-Fu-Meister und sein talentierter Schüler durch die Reihen der Manchu-Killer. Shaolin Kung-Fu Die Schlange im Schatten des Adlers Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den Track höre. Mega geil. Und ja, das war mal eine Überraschung. Ich glaube, die erste musikalische Überraschung überhaupt in diesem Podcast. Bis auf ein paar Ausnahmen, die ich aus Jackies Alben geklaut habe. Ja. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Tommy Sandrock, a.k.a. Fastbug, a.k.a. Fiebertraum Productions. Ja, Fastbug hat ein Jackie Beat Tape produziert, das, wenn es nicht schon draußen ist an dem heutigen Silvestertag, dann wird es demnächst bald erscheinen. Und ich kann euch nur empfehlen, hört auf jeden Fall mal rein. Ich werde euch alle Links in die Beschreibung hauen, wo ihr Fastbug und Fiebertraum Productions finden könnt. Und folgt dem guten Mann. Der macht das nicht erst seit vorgestern, sondern schon Jahrzehnte. Und das ist nicht übertrieben. Klickt euch durch YouTube, durch seine ganzen Videos, Musikvideos, Songs. Und ihr werdet staunen, was der gute Mann alles so im Verlauf von vielen, vielen Jahren geschrieben und produziert hat und auch wie er sich entwickelt hat. Dieses Jackie Beat Tape macht auf jeden Fall Laune. Und vielleicht habt ihr ja gehört, aus welchem Film die Melodie stammt. Im Verlauf der heutigen Folge wird es noch den ein oder anderen Track dazu geben. Das war einer meiner Lieblingstracks und ich bin gespannt, wenn das Tape endlich rauskommt. Fastbug wollte noch einen Beitrag dazu schreiben für meinen Jackie Chan Blog auf JackieChan.de. Der wird demnächst bestimmt auch erscheinen. Da gibt es definitiv noch ein paar Hintergrundinformationen zu dem Jackie Beat Tape. Welche Filme wurden verwendet? Welche Filmschnipsel, Audioschnipsel wurden verwendet? Wie wurde was getan? Wie interpretiert der gute Mann das Ganze? Und seid gespannt. Wie gesagt, es wird weitergehen im Jackie Chan Extended Universe. Und genau das ist jetzt auch das Thema. Was ist das Jackie Chan Extended Universe? Um es kurz zu machen, schaut mal in meine Playlist rein im Meisterler Podcast. Da gibt es eine Folge, die dreht sich nur darum. Trotzdem werde ich jetzt noch ein bisschen darauf eingehen. Denn Fastbugs Beat Tape hier von Jackie ist das perfekte Beispiel, was ich mit dem Jackie Chan Extended Universe meine. Jackie Chan, alles um die Person herum. Der macht selber Filme, der macht selber Musik, der schreibt Bücher, der macht Charity und vieles, vieles mehr. Was er aber auch tut ist, er inspiriert seine eigenen Fans. Und genau wie ich ist Fastbugs ein riesiger Jackie Chan Fan und hat nicht ohne Grund dieses Beat Tape produziert. Und wenn aus Fans quasi Musiker werden, Schriftsteller werden, Filmemacher werden, Stuntman werden, was auch immer, dann ist das die Ausdehnung des Jackie Chan Extended Universe. Ich habe da in der Vergangenheit viele solcher Beispiele genannt, beziehungsweise auch drüber geschrieben. Aber Fastbugs und sein Jackie Beat Tape ist jetzt das perfekte Beispiel, um das Ganze hier auch in dieser Abschlussfolge zu präsentieren. Ja und wie geht es im Jackie Chan Extended Universe weiter? Beziehungsweise was gehört noch dazu? Hier gehört auch dazu meine ganzen Social Media Kanäle. Ich gehe später noch genauer darauf ein, was da in Zukunft verbreitet wird und was nicht. Aber Instagram, Facebook, YouTube, das wird alles so unterteilt, dass es ein großes Bild da gibt. Auf YouTube kommen dann mal ein paar Trailer raus, ein paar Kurzvideos. Instagram ist dann eher für so ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Manchmal ein paar Retro-Beiträge aus der Vergangenheit. Und Facebook ist dann eher sowas sachlich, was die News angeht. Das Jackie Chan Extended Universe breitet sich auch in Artikel aus. Sei es jetzt für Filmlabels, wo ich bei Mediabooks vertreten bin oder in Magazinen, wie bei Ricky Baker und seinem Eastern Heroes Magazin. Auch das wird in Zukunft sehr wahrscheinlich weitergehen. Mal gucken, in welcher Art und Weise. Aber ein anderes Steckenpferd sind auch meine eigenen Bücher. Also sei es jetzt der Reiseführer oder die beiden Filmführer. An Ideen liegt es da selten. Ich habe jede Menge Ideen. Ich überlege mittlerweile auch, eine Jackie Chan Biografie zu schreiben. Mal schauen, ob daraus was wird. Aber es wird definitiv nochmal einen neuen Filmführer geben. Frühestens aber 2028. Warum, erkläre ich auch später. Ja, der Meister der Podcasts hat das Jackie Chan Extended Universe krass vorangetrieben. Der fällt in Zukunft weg. Aber das bedeutet nicht, dass das Extended Universe kollabiert. Ganz im Gegenteil. Alle Folgen bleiben online bestehen. Ihr könnt die jederzeit nachhören. Ihr könnt die euch runterladen. Ihr könnt die verteilen, verbreiten, was auch immer. Das wird ein Nachschlagewerk bleiben und ist quasi so ein digitales Buch oder Hörbuch. Je nachdem, wie man es ausdrücken will. Ich habe meine eigene Website, JackieChan.de. Da gibt es nicht nur eine Übersicht über all meine Publikationen, sondern vor allem auch den Jackie Chan Blog. Und da veröffentliche ich manchmal Artikel, die jetzt nicht für ein Magazin oder für ein Label gedacht sind, sondern die ich vor allem von Zeit zu Zeit auch gerne mal updaten will. Da sind zum Beispiel Filmlisten mit drin oder die Jackie Chan Stuntman Liste, die größte, die es weltweit gibt. Und die detaillierteste vor allem. Es wird immer wieder abgedatet. Und dafür sind diese Artikel auf JackieChan.de gedacht. Auch da breitet sich das Universum rund um Jackie Chan weiter aus. Generell geht es aber auch um die Themen. Also es dreht sich ja nicht alles nur um Jackie Chan, sondern wie gerade eben anhand vom Jackie B-Tape von Fastbug genannt, geht es auch darum, dass ich manchmal Fans präsentiere, die was Eigenes erschaffen haben. So zum Beispiel Ramona mit ihrem Buch Agent 00. Sie würdigt ihr Buch Jackie Chan. Da habe ich ein Interview zugeführt, ist auch online einzusehen. Ich habe, wie eben schon erwähnt, die Rush-Hour-Serie komplett rezensiert. Das war eine Heidenarbeit. Da gibt es mit Jackie gar nichts zu tun, aber es gibt Bezüge zu den Filmen und so. Ich habe auch über Edward Youngs The Wind geschrieben. Edward Young wollte vor seinem Tod noch einen Animationsfilm drehen. Jackie war damit involviert. Jetzt nach 20 Jahren soll der irgendwie wann mal im Kino kommen. Das hat sich durch Corona alles verschoben. Mal schauen, wie Dastand der Dinge ist. Aber auch solche Themen werden im Jackie Chan Extended Universe besprochen. Oder einfach mal eine Folge über Willie Chan. Was ist mit dem überhaupt passiert? Wie hat sich sein Leben gestaltet? Was hat er alles außerhalb von Jackie noch erreicht? Denn der war ja nicht immer Jackies Manager. Und selbst in der Zeit, als er Jackies Manager war, hat er noch viele, viele andere Talente unter Vertrag gehabt. Und auch noch sein eigenes Business. All diese Artikel sind weiterhin online verfügbar oder in Podcastform auf YouTube und allen Plattformen zu hören. Ja, und Teil des Jackie Chan Extended Universe ist auch so generell das Motto der Jackie Chan Family. Also nicht, dass wir jetzt alle Teil des Jackie Chan Stunt Team sind. Die Singabahn bedeutet Jackie Chan Familie. Sondern Jackie bezeichnet seine Fans alle als Teil der großen Jackie Chan Familie. Und so gehören wir halt dazu. Und eine Philosophie davon ist, dass man sich gegenseitig unterstützt. Egal in welcher Form. Sei es jetzt entweder monetär, wenn es geht, mit Spenden an ärmere Menschen oder mit Informationen. Und einen Teil vom Jackie Chan Extended Universe habe ich schon vor vielen, vielen Jahren etabliert. Nämlich einigen seriösen Sammlern dabei zu helfen, ihre Sammlung zu kompletieren, aufzurüsten, wie auch immer. Also ich propagiere das nicht, aber ich helfe manch einem Fan, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich und England, auch aus Japan, einige seltene Dinge über eBay oder Yahoo Auctions oder Carousel oder sonst woher zu bekommen. Ich kaufe die Sachen ein, ich lasse die hinverschicken, ich kümmere mich um die Bezahlung beziehungsweise um die Abhandlung. Und das wird alles natürlich verrechnet. Aber nur mal um zu sagen, wenn jemand was von mir wissen will und fragt, wo kommt die Figur her, wie kann ich die kriegen? Da helfe ich gerne aus. Ich kann es natürlich nicht für jeden machen, denn dann würden tausende Leute anfragen. Das ist leider so. Aber wenn ich halt mal was brauche, dann sind die auch für mich da. Und das ist eine schöne Philosophie, die Jackie Chan geprägt hat. Damit ist man als Fan groß geworden. Und das versuche ich auch weiterhin im Jackie Chan Extended Universe zu leben. Also in Zukunft kann man auch immer wieder auf mich zählen, wenn es darum geht, eine Frage zu stellen, einen Link zu bekommen. Ich versuche mein Bestes. Es wird vielleicht ein bisschen länger dauern als vorher, aber ich bin definitiv nicht aus der Welt. Übrigens bei der Recherche hier zu dieser Abschlussfolge sind mir ein paar Erinnerungen gekommen aus einer Zeit. Das war vor 2003, 2002. Ich habe damals schon mit Websites rumgespielt, als ich noch gar keine Ahnung hatte, wie das funktioniert. Und ich erinnere mich an eine Website, die ich hatte, die hieß JackieChan.de.vu. Kennt ihr noch diese .vu-Endungen? Das war, glaube ich, die Firma, die hieß Nick.de.vu. Also Nick wie N-I-C. Und es war zu einer Zeit, als GeoCities und wie hießen die ganzen Anbieter noch? Also man konnte sich damals schon relativ leicht eine Website reservieren und bauen, ohne was zu bezahlen. Dann hieß halt die Website sowas wie yahoo.geocities.deinewebsite.com. Also ein ultralanger Name, den man sich nicht merken kann. Und wenn man aber ein www davor hatte und eine ganz kurze Domain, dann war man schon was. Da muss man Geld dafür bezahlen. Und die Lösung, oder sagen wir mal so eine Notlösung, war halt nick.de.vu. Denn man konnte dort kostenlos eine Domain reservieren und seine Website hochladen. Alles übrigens mit Frontpage und Frontpage Express. Also unheimlich schlecht programmiert. Wahnsinn. Und man hatte dann dort stehen www.jackiechern.de.vu. Und das war eine Domain, die konnte man sich merken. Und das ist mir beim Schreiben dieser Folge aufgefallen, beziehungsweise wieder eingefallen, dass ich damals schon so eine Seite hatte. Und ich muss mal schauen, ob ich die irgendwo noch im Archiv gespeichert habe. Wenn es auch nur ein paar Fotos sind oder Screenshots. Ich hatte noch eine zweite und die war sogar noch davor live. Die war aber nicht lange live. Die hieß jackiechernonline.de. Bitte nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Forum. Das gab es schon lange vor meiner Seite. Und das deutschsprachige Forum jackiechernonline.de. Das war die Top-Anlaufstelle für deutschsprachige Fans. Also man ist nicht erst seit gestern Jackie Chan Fan, sondern schon eine sehr, sehr lange Zeit. Deswegen nochmal ein Hinweis an euch. Wenn das Jackie Beat Tape rauskommt, hört es euch an und genießt es. Ja, das war so ein kleiner Überblick über das Jackie Chan Extended Universe. Ich werde am Schluss noch darauf eingehen, was ich noch für Ideen hatte. Wie ich das Ganze noch ein bisschen ausbreiten konnte. Das will ich aber jetzt an dieser Stelle noch nicht erwähnen. Das führt zu weit weg. Hier im Podcast geht es jetzt erstmal weiter mit einer musikalischen Unterbrechung. Natürlich wieder von Fastbug, produziert von Fiebertraum Productions. Magnificent Meteor. Viel Spaß. Das war's. Ich habe die Szen für heute. Ich habe die Szenarte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt, lass sehen, was du gelernt hast von mir. Jetzt gleich. Auf der Stelle. Sei vorsichtig. Fang schon an. Ah, na siehst du, du hast deine Lektion nicht gelernt. Deine Technik ist zu durchsichtig, lass uns trainieren. Spar dir das, alles was du mir beigebracht hast. Dein idiotischer, stählernder Finger, dein dämlicher Königsgriff ist purer Schwachsinn. Völlig nutzlos. Was ich dazu bieten habe, durchschaut doch jeder sofort. Ah, du Anfänger, das liegt nur an dir. Das kommt daher, dass du die Techniken nicht richtig einsetzt. Denn jede Technik lässt sich auf ganz verschiedene Weisen variieren. Verstehst du? Die Varianten sind das, was wirklich zählt. Auch deinen Verstand. Kämpf mit dem Kopf, mit Überlegung. Du musst hart trainieren. Und irgendwann bist du vielleicht unbesiegbar. Kapiert? So viel davon, dachte ich mir. Hör zu. Sei nicht länger traurig. Es war sein Schicksal. Er starb als ein großer Held und ich bin sein Nachfolger. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Ein weiterer wunderschöner Track vom Jackie B-Tape von Fast Bug. Übrigens ein ganz, ganz wichtiger Nachtrag, den ich eben vergessen habe zu erwähnen. Fast Bug, Tommy, ist eigentlich der Namensgeber des Meisterler Podcasts. Ja, tatsächlich. Naja, wir hatten damals Ende 2019 über WhatsApp Kontakt gehabt und ich habe gesagt, ich will da so einen Podcast gestalten. Und ich bin mir beim Titel noch nicht so sicher, habe ihm so ein paar Vorschläge geschrieben und er schickt ein paar Vorschläge zurück. Und ich glaube, Meisterler Podcasts, weil The Young Master, auf Deutsch Meisterler Klassen, ist einer meiner Lieblingsfilme von Jackie. Und Meisterler Podcasts stand, glaube ich, sogar an erster Stelle bei ihm oder irgendwo ganz weit oben. Und ich dachte so, als ich es gelesen habe, ja, das ist er. Dann habe ich gar nicht mehr länger weitergesucht und habe gesagt, das ist der Titel Meisterler Podcasts. Deswegen Ehre, wem Ehre gebührt, an dieser Stelle nochmal separat aufgeführt. Vielen Dank, Tommy, dafür, dass du mir die Idee gegeben hast und vor allem die Erlaubnis, heute ein paar Tracks von deinem Tape vorzustellen. Da wird das ein oder andere Stückchen noch folgen und später noch ein oder zwei Überraschungen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf eure Fragen ein. Ihr hattet nämlich Fragen eingesendet. Ziemlich viele. Ich werde nicht alle beantworten können, dafür reicht die Zeit nicht. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Eine Frage wurde gestellt und da bin ich im Verlauf der Folge schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich werde das aber nochmal detaillierter besprechen, nämlich wie produziert man eine Podcast-Folge. Also wie man eine Podcast-Folge produziert, kann ich nicht beantworten. Da gibt es keine Blaupause. Das macht jeder so, wie er denkt, es wäre richtig. Ich kann dir aber sagen, wie ich meine Podcast-Folgen produziert habe. Und da ist definitiv eine Entwicklung drin zu erkennen. Wenn nicht gerade von außen, aber ich weiß halt, wie ich mich entwickelt habe. Also angefangen Ende 2019, ich hatte weder Mikro zu Hause noch irgendwie eine Software, wo ich das Ganze lockerflockig drüber laufen lassen konnte und musste mich erstmal einlesen. Das heißt, bevor ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe, war wieder mal Recherche vonnöten. Und so ist quasi auch die erste Staffel entstanden. Soll heißen, ich hatte mein Mikro, ich hatte meinen Laptop und das war's. Mehr wollte ich auch gar nicht. Ich wollte das so minimalistisch wie möglich einrichten und habe mir dann überlegt, welche Inhalte ich präsentieren werde. Weil mir war es immer wichtiger, Qualität auf Inhalt zu legen und nicht auf das Trarat drumherum. Ich wollte jetzt nicht in 4K mich filmen, wie ich irgendwelche Infos erzähle, sondern ich wollte die Zeit investieren in gute Informationen und in guten Content. Und weil das für mich alles neu war, habe ich die erste Staffel komplett durchkonzipiert. Also wenn ihr da reinhört, jede Folge, jedes Wort habe ich vorgelesen. Habe ich quasi vorher geschrieben. Und das war eine heidene Arbeit. Und das war quasi die allererste Staffel. Das war meine Aufgabe, mich damit mal zu konfrontieren und zu schauen, komme ich damit klar, habe ich Spaß dran. Und vor allem, wie ist die Resonanz. Denn es kann ja sein, dass es absoluter Humbug gewesen wäre. Und dann hätte ich auch gesagt, okay, rentiert sich nicht, will keiner hören. Und ich habe keinen Spaß dran, dann lasse ich es sein. Aber letztendlich ging es mir immer um den Spaß. Und das war auch das Steckenpferd für die zweite Staffel. Die war dann schon ein bisschen anders gestaltet, was die Produktion angeht. Ich hatte hier auf ein neueres, besseres Mikrofon gesetzt, weil für mich jetzt klar war, okay, ich mache weiter. Dann konnte ich auch ein bisschen mehr investieren oder wollte ein bisschen mehr investieren. Und habe gesagt, ich will das aber jetzt anders aufziehen. Das Schreiben von einzelnen Folgen dauert viel zu lange. Ich will mir nicht die Arbeit machen. Mein Wunsch wäre, ich habe eine Idee, ich mache das Mikro an, drücke auf Aufnahme und fange an zu reden. Und so oder so ähnlich war dann die zweite Staffel auch gestaltet. Ich hatte zwar immer so ein Oberthema und habe das auch ein bisschen konzipiert in Word. Das waren dann anstatt 20 Seiten nur zwei Seiten mit ein paar Stichworten drauf und habe mich dann dort durchgehangelt und habe irgendwann gemerkt, dieses neue Wissen, diese neue Erfahrung kann ich konzeptionell auch in eine neue Staffel integrieren. Und habe ab der dritten Staffel dann komplett auf Notizen verzichtet. Und damit habe ich dann eine Stunde, anderthalb Stunden gefüllt. Und das merkt man der dritten Staffel auch an. Also es war immer noch dasselbe Mikrofon, dieselbe Software. Da hat sich nie was dran verändert. Ich habe immer nur ein bisschen was an der Optik verändert, um auch den optischen Unterschied zu den jeweiligen Staffeln zu haben. Aber auch da wollte ich nicht zu viel Trarat drumrum machen. Sondern wirklich Qualität auf den Inhalt legen. Und ja, irgendwann dachte ich dann, es ist wieder Zeit zu experimentieren. Ich wollte jetzt nicht unbedingt eine vierte Staffel beginnen, weil ich ja wusste, dass irgendwann ein Ende kommt. Aber ich wollte auch mehr Content schneller produzieren, was sich so ein bisschen widersprochen hat in der Zeit. Aber ich hatte halt noch so viele Themen in der Datei gespeichert. Und das ist auch ein Punkt bei der Produktion. Wenn von Zeit zu Zeit kommt eine Idee oder eine Anfrage von jemandem, dann heißt es, mach doch mal eine Folge darüber. Und wenn ich denke, ja, das könnte man machen, dann kommt die in die Liste und wird irgendwann abgearbeitet. Und so habe ich dann auch die Leckerbissen als Kolumne quasi produziert auf die schnelle eine Welle rausgehauen und gut ist. Nur zum Schluss habe ich dann auch gemerkt, es ist ein bisschen viel und der Spaß ist noch da. Aber ich entwickle mich nicht weiter und das ist auch gar keine Kritik an mir selber, sondern ich will mich ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr weiterentwickeln müssen, sondern ich habe hier quasi mein Etablissement etabliert. Und wem das gefällt, der kann zuhören und wem es nicht gefällt, der kann auch gerne gehen. Denn oftmals sind auch diese Arbeiten an einem Podcast, einer Podcast-Folge quasi so ein Recherchergebnis für mich selbst. Da trage ich alles zusammen, was über Monate oder Jahre sogar ich gesammelt habe in Excel-Listen, in Tabellen, in Fotos, Videos und so weiter. Und dann mache ich da einfach eine Folge drüber. In erster Linie ist der Inhalt für mich gedacht. Würde ich das so gestalten wollen, um Mainstream zu werden, dann müsste ich komplett aus der Nische raus. Ja und genau das bedienen, was andere Kanäle schon bedienen und das ist halt nicht mein Ding. Also das zu der Frage, wie produziere ich eine Podcast-Folge? Kurz und knapp gesagt ganz minimalistisch. Mikro an, OBS an, Aufnahme gedrückt, vorher natürlich noch ein Thumbnail generiert für die Hintergründe, damit das Video mitläuft. Und dann ab dafür. Das war immer so mein Bestreben, dass man keinen so einen stocksteifen Podcast hat, wie das in meiner ersten Staffel war, sondern auch mal so ein paar Versprecher mit eingearbeitet, also nicht bewusst, sondern die passieren halt. Man baut auch mal ein paar Fehler ein, die kann man wieder korrigieren. Das ist halt der Unterschied zu einem schriftlichen Artikel. Wenn es geschrieben steht, dann ist es fest. Ich bin zwar ein Freund von Büchern und die werden mich immer begleiten, aber ab einem gewissen Punkt ist ein Buch vollendet. Und ein Buch ist nie vollendet. Man kann immer wieder umschreiben, aber ab einem gewissen Punkt muss ein Projekt einfach raus. Und wenn sich danach was ändert, ist es in dem Medium Buch oder Schriftsatz generell sehr, sehr ärgerlich. Man kann es zwar mit einem zweiten Buch updaten, aber wer macht das schon? Also nicht ein paar Monate später. Da ist ein Podcast natürlich prädestiniert dafür. Da kann man mal einen Tag später ein Video raushauen oder eine Audiodatei raushauen. von zwei, drei Minuten, wo es heißt, übrigens in der gestrigen Folge war ein Fehler drin, war aber gar nicht absichtlich gemeint, denn es hat sich mittlerweile was Neues ergeben. Also da muss man auch immer so ein bisschen drauf achten, welche Themen gerade in den Medien besprochen werden, kann man die aufgreifen zum jetzigen Zeitpunkt? Und so habe ich halt auch den Podcast versucht zu gestalten. Ich hatte zwar meine Liste mit Themen, die ich abarbeite, habe aber immer versucht, aktuelle Themen mit einzubeziehen. Ja, und weil das in der letzten Zeit immer mehr wurde, ja, das ist halt, wie ich eben schon gesagt habe, einer der Gründe, warum es in Zukunft so nicht mehr weitergehen kann. Das führt mich auch zur nächsten Frage, was müsste passieren, dass es doch im Podcast weitergeht? Es steht und fällt mit meiner Gesundheit. Das muss ich leider vorab so sagen. Das musste ich mir auch selber immer wieder eintrichtern, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Aber es funktioniert halt nicht so, wie es am Anfang war. Das habe ich jetzt gerade eben vergessen zu erwähnen, denn am Anfang konnte ich so eine Folge am Stück durchziehen. Seit Anfang 23, eigentlich schon früher, ist es so, dass ich eine Podcast-Folge in mehrere Abschnitte unterteilen muss. Das heißt, ich fange zum Beispiel an einem Samstagmorgen an, muss dann nach 20 Minuten Pause machen, weil meine Lunge entzündet ist. Und wenn ich dann die Muße habe, wird es an dem Nachmittag fortgesetzt für entweder weitere 20 Minuten bis zum Ende oder so lange, wie ich es halt durchhalte. Und dann kann sich halt mal so eine Podcast-Folge von 40 Minuten über mehrere Tage ziehen, die ich nur mit der Aufnahme verbringe. Dann habe ich noch nicht geschnitten, dann habe ich noch nicht gerendert, dann habe ich noch nicht hochgeladen. Und gerade im Schnitt hat sich halt auch was verändert. Denn die anfänglichen Folgen, da hatte ich wenig Füllwörter drin. Und ich musste mich wenig räuspern. Aber durch diese Entzündungen in der Lunge, ja, es ist halt so, dass nach ein paar Minuten bei mir die Luft raus ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Entzündung ist so krass, dass der Rachenraum davon betroffen ist. Das heißt, ich muss einfach mich räuspern. Ich muss husten. Ich muss mich selbst unterbrechen. Ich muss die Gedanken wiederfinden. Und das ist krasse Fokussierungsarbeit. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei einer 40-Minuten-Folge eventuell eine Stunde, ja, das ist übertrieben. Sagen wir mal, bei einer Stunde Folge habe ich vielleicht 10 Minuten, die ich rausschneiden muss, wo es einfach nur darum geht, dass ich jetzt mal gehustet habe oder mich räuspern musste oder einen Faden verloren habe. Ich drücke zwar auf Pause bei der Aufnahme, aber manchmal schaffe ich es halt nicht. Und das heißt, ich muss die komplette Folge wieder durchhören, um die Schnitte zu setzen. Wo es am Anfang 0 Schnitte waren, waren es in der Mitte des Podcasts, also bei Folge 25, sage ich mal, 10 Schnitte. Und mittlerweile zum Ende hin sind es über 50 Schnitte pro Folge bei derselben Laufzeit. Und das ist einfach so ein krasser Zeitfaktor, den kann ich nicht mehr bedienen. Das funktioniert nicht. Ich habe versucht, das irgendwie unter einen Hut zu bringen, dass ich auch mal Pause mache und es klappt nicht. Also zur Frage, was müsste passieren, dass es doch im Podcast weitergeht. Erstens, die Gesundheit muss passen. Und zweitens, wenn ich Hilfe hätte von außen, technischer Natur, das wäre von Vorteil. Würde bedeuten, ich nehme zum Beispiel so einen Podcast am Stück auf, also als eine Datei. Und die wird dann rübergeschickt zum Techniker, der das Ganze dann schneidet, editiert und hochlädt und vielleicht sogar die Texte einpflegt, die ich vorher geschrieben habe. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn ich das Ganze mit einer AI-Software rendere. Das heißt, keine Ahnung, ob da DaVinci Resolve sowas zur Verfügung hat, aber dann könnte ich sowas wie eine API runterladen und der AI sagen, okay, überall, wo ein Hust da drin ist, überall, wo ich Pause mache oder so, schneid das raus und ist das Ding eigentlich in 30 Sekunden geschnitten. Das wäre mir eigentlich am liebsten, aber auch das ist wieder ein Thema für sich. Ich kenne mich damit nicht aus und ich habe auch nicht die Zeit, mich da einzuarbeiten. Frage an euch. Habt ihr die Zeit? Habt ihr die Erfahrung, das Wissen? Ihr könnt mir gerne schreiben und mir Vorschläge machen, wenn ihr wollt, dass es weitergeht. Ich will es ja auch. Vielleicht können wir da in Zukunft irgendwie die Köpfe zusammenstecken. Definitiv nicht vor März 2024. So viel sei schon mal erwähnt. Dann hat mich eine Frage erreicht, die will ich hier vorlesen, aber die werde ich nicht beantworten. Das ist zwar fies, aber es ist halt so. Denn eine Frage war, mein Lieblingsfilm ist Drunken Master 2. Gibt es dazu was zu sagen? Und ich habe die Frage deswegen vorgelesen, weil die Frage, gibt es dazu was zu sagen, löst bei mir quasi einen Big Bang aus. Da gibt es so viel zu sagen, dass ich das an dieser Stelle gar nicht ganz kurzfristig abhandeln möchte. Denn das würde dem Film nicht gerecht werden. Drunken Master 2 ist ein absoluter Banger und der sollte auch so behandelt werden. Jetzt würde ich normalerweise sagen, ich werde da mal eine separate Folge drüber machen. Vor allem, weil ja jetzt ein deutsches Mediabook erschienen ist, was ich absolut empfehlen kann. Falls du es noch nicht hast, kauf dir das Mediabook auf Deutsch. Kann ich nur empfehlen. Ich bin mir aber jetzt unsicher, wie ich damit hantieren soll. Ich will jetzt nicht sagen, ich werde irgendwann darüber berichten im Podcast. Das kann ich so nicht versprechen. Ich werde aber Inhalte zu Drunken Master 2 teilen. Und diese Inhalte werdet ihr finden auf Instagram, auf YouTube und auf Facebook, aber vorerst nicht im Podcast. Und ja, es gibt jede Menge zu Drunken Master 2 zu sagen, kauf dir das Mediabook und wenn du das durch hast, dann reden wir nochmal. Eine weitere Frage lautete, warum hast du dich dazu entschlossen aufzuhören? Mach doch so eine Art Vlog oder ein Videotagebuch oder Heimvideos. Da bin ich schon am Anfang und auch jetzt im Verlauf der Folge öfter darauf eingegangen, warum ich mich dazu entschlossen habe aufzuhören. Ich erweitere jetzt aber das Wort entschlossen und sage, ich unterbreche den Meister aller Podcasts, denn ich habe immer noch den Wunsch, weiterzumachen. Ich muss für mich jetzt einfach nur, das ist vielleicht ein psychologischer Trick, sagen, ich höre auf. Denn wenn ich sage, ich höre auf, habe ich keine offene Baustelle und weiß, okay, nach einem Monat, selbst wenn mich da ein Thema triggert, wenn ich sage, okay, das wird jetzt eine tolle Folge abgeben, weiß ich, nee, ich habe gesagt, ich habe aufgehört und dann bleibe ich auch dabei. Und so handhabe ich das Ganze auch. Mein Ziel ist es, das Ganze irgendwann wieder fortzuführen in dem klassischen Format. Ein Vlog, Videocontent, wird es von mir niemals geben. Ja, in der Vergangenheit habe ich ein bisschen damit experimentiert, aber es hat sich herausgestellt, dass das einfach nicht das Medium ist, was ich bedienen will, für mich persönlich. Ich werde mich nicht vor eine Kamera setzen und über was berichten, weil ich der Meinung bin, dass man das in Audioform genauso gut machen kann. Man muss mich nicht sehen. Ja, ich könnte ein paar Sammlungsartikel zeigen, ein paar seltene Bücher oder so, aber auch das ist Content, der produziert werden will und das ist unheimlich viel Aufwand. Leute, die ihre Jackie Chan Sammlung auf Instagram teilen, wissen, wovon ich rede. Das ist nicht einfach mal Kamera geschnappt, gefilmt und hochgeladen. Da steckt jede Menge Grips dahinter und es soll auch gut aussehen und man muss sich auch vorher Gedanken machen, was teile ich? Wie teile ich das Ganze? Wie will ich mich präsentieren? Und das sind Fragen, mit denen möchte ich mich gar nicht beschäftigen. Mein Ziel ist es immer, die Nische zu bedienen, Lücken zu füllen. Wenn sich irgendwann aber mal was ergibt, wenn es heißt, okay, wir würden dich gern vor die Kamera ziehen, damit du ein Interview gibst, so wie das zum Beispiel Mike Lieder oder Ricky Baker machen in verschiedenen Videoformaten, dann denke ich drüber nach. Dann überlege ich mir, passt das jetzt zu dem Zeitpunkt und ich kann euch sagen, zum jetzigen Zeitpunkt geht es überhaupt nicht, weil wie gesagt, nach fünf Minuten reden, müsste ich eine Pause machen. Wie soll das in einem Interview funktionieren? Das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Es ist aber teilweise ein Ziel von mir, gesundheitlich wieder an den Punkt zu kommen, wo ich mit solchen Fragen spielen kann, wo ich überlegen kann, okay, könnte ich das vielleicht jetzt doch machen? Und da geht es gar nicht so sehr um mich selbst, sondern ich will ja gar keine Bühne für mich selbst präsentieren, sondern es soll immer Jackie und das Jackie Chan Extended Universe im Vordergrund stehen. Dann kam eine interessante Frage rein und zwar ein Fantreffen in Deutschland, ist das möglich? Ja, ein Fantreffen in Deutschland ist möglich und das wurde auch in der Vergangenheit schon gemacht. Ich glaube von der deutschen Jackie Chan Fangruppe auf Facebook. Die wurde von René Peters gegründet und die haben, glaube ich, im, was, dieses Jahr oder im letzten Jahr ein Treffen gestartet. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich sage mal so, ich stehe dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber, denn es ist leicht gesagt, ich würde gerne ein Fantreffen machen und ich wäre da Teil davon. Wenn es dann aber zu der Planung kommt, ja, dann gibt es wenig Freiwillige. Das hat damals schon die Aktion in der Facebook-Gruppe gezeigt von René und ich muss ganz ehrlich sagen und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber für einfach nur chinesisch essen zu gehen, fahre ich keine 500 Kilometer, um mir dann auch noch einen Film anzuschauen mit ein paar Jackie Chan Fans. Wenn ich persönlich ein Fantreffen organisieren würde, dann würde ich hier auch ein paar Celebrities einladen wollen und ich rede jetzt nicht von Jackie, das wird nicht funktionieren, aber es gibt genug Leute, auch in Deutschland, die mit Jackie zusammengearbeitet haben und es immer noch tun, die vielleicht Bock drauf hätten, auf ein gut organisiertes Treffen zu kommen und für ein paar Minuten zu reden. Das chinesisch essen, das kann man noch machen, aber dann können wir auch so eine Art Tauschbörse machen, dann können wir auch so eine Art Charity-Programm machen, dann können wir auch versuchen, mit der JC-Group Kontakt aufzunehmen im Vorfeld, um Jackie vielleicht Grüße ausrichten zu lassen. Hey, das macht er für den chinesischen Fanclub, das ist eine ganz andere Hausnummer, weil er vor Ort ist. Warum nicht einfach mal probieren? Das bedeutet nicht, dass man es jetzt machen kann oder machen sollte, aber für mich persönlich sollte es schon ein bisschen spektakulärer sein, als einfach nur ein Wochenende ins Kino zu gehen und essen zu gehen. Mag jeder handhaben, wie er will, aber ja, ein Fan-Treffen ist möglich und ja, ich persönlich habe auch Interesse dran, aber dann sollte schon ein bisschen mehr aufgetischt werden und die Ansprüche habe ich nicht an andere, sondern an mich selber. Wenn ich Teil einer Organisation wäre oder einer einem Orga-Team würde ich für so viele Specials wie möglich sorgen, dass das Ganze auch gut beworben wird, dass vielleicht auch darüber berichtet wird. Das wird zum Beispiel bei dem chinesischen Fanclub öfter so getan, die haben ihren eigenen Waibu-Account, die teilen Infos, die bekommen vorab Infos von der JC Group, die so nicht im Netz verfügbar sind, erst ein paar Tage später. Es ist heutzutage so, wie es damals war, als Jack in Hongkong war und Kontakte zu Fanclubs in aller Welt hatte. Die Fanclubs wurden bedient von der JC Group, von Willy Chan höchstpersönlich, per E-Mail, per Fax, per Brief und man konnte somit im Fanclub quasi die zahlenden Mitglieder mit unheimlich vielen Specials bedienen. Und wer in dieser Zeit groß geworden ist, ja, dem ist alles andere zu wenig. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen arrogant von mir oder ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich würde dann auch gerne dieses Gefühl dieser alten Zeit aufrecht leben lassen und ich hätte Ideen für ein Fantreffen, aber das zu organisieren ist ein Thema für sich. Im nächsten Jahr gibt es zwei Events in China, auf die gehe ich später noch ein. Dazwischen noch ein Fantreffen in Deutschland zu organisieren, also ich würde mir den Stress nicht antun wollen. Dann keine Frage, eigentlich ein paar Fragen, zehn Fragen, aber die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Wollte ich hier nur an dieser Stelle erwähnen, denn mich hat vor ein paar Wochen ein Schüler der zehnten Klasse, jetzt müsste ich nochmal nachschauen, wo er herkommt, aus Bremen, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall hat mich ein Schüler aus der zehnten Klasse angeschrieben, der Projekttag hatte und sein Projekt war Jackie Chan und er hat mich, er hat meine Webseite gefunden, hat mich angeschrieben, ob er mir ein paar Fragen stellen dürfte und natürlich habe ich mir die Zeit genommen und habe ihm eine ziemlich lange E-Mail zurückgeschrieben und er hat sich dafür bedankt und hat mir erklärt, dass das so ein Projekt ist wie so eine Art PowerPoint-Präsentation, er wird dazu aber noch ein paar Videos drehen und zwar nimmt er sich vor, einige Szenen aus Jackie Chan-Filmen nachzudrehen und die quasi nebeneinander zu präsentieren. Als ich das gelesen habe, hat es mich natürlich gefreut, aber ich habe mich auch in der Verantwortung gesehen, ihm zu sagen, bitte sei vorsichtig und bitte unternimm keine waghalsigen Stunts aus Jackie Chan-Filmen. Wir waren alle an dem Punkt, als wir angefangen haben, als Kind oder Teenie, die Filme zu sehen, irgendwas nachzudrehen, nachzukämpfen oder was auch immer und haben dann erst mal gemerkt, was das eigentlich für Superhelden sind, die Jackie Chan-Stuntman und er selbst, was die alles körperlich aushalten müssen. Wir sind aus der Jackass-Phase raus. Bitte riskiert nicht euer Leben oder eure Gesundheit für was auch immer. Er hat mir dann zurückgeschrieben, nein, er wird sich ein paar Kampfszenen aussuchen, weil er halt auch Kampfkunst betreibt, wird er da so ein bisschen Pak Mai machen oder was auch immer, vielleicht am Hoden-Dummy oder so und und er wird mir das Material zur Verfügung stellen. Wenn du das hier hörst, Grüße gehen raus und eventuell kriege ich die Erlaubnis, da noch ein bisschen was zu teilen, dann auf Facebook oder YouTube, aber das später mehr. Waren auf jeden Fall ein paar interessante Fragen dabei, die hätte ich heute auch gerne hier geteilt, aber ich hebe mir den Content auf für später. Ja, dann kommt noch eine Frage, wie würde ich das Fazit vom Podcast ziehen? Das ist eine tolle Frage, denn die hat mich zum Nachdenken bewegt. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich erstaunlich, wie sich die letzten drei Jahre entwickelt haben. Durch welche Krisen wir alle gegangen sind, wie sich Familien und Freunde und Politik und Wirtschaft gespalten haben und andere Teile zusammengefunden haben, wie jeder versucht hat zu überleben, das Beste draus zu machen, positiv zu sein und trotzdem scheint es jetzt nach dreieinhalb, vier Jahren so, als hätte das nie stattgefunden, als würde jeder einfach nur weitermachen wollen wie bisher und trotzdem haben wir so viel aufzuarbeiten und jeder blickt auf diese Zeit anders zurück. Jeder hat einen ganz anderen Werdegang und mein Werdegang ist ganz speziell. Mich hat meine Autoimmungeschichte in dieser Zeit sehr begleitet, ich habe viel über mich, Gesundheit, Ernährung, Fitness und so weiter kennengelernt, habe das eingesetzt, ich habe hier massive Fortschritte machen können, deswegen will ich auch nächstes Jahr 2024 da noch eine Schippe draufpacken, damit ich wirklich aus dem Quark komme und wieder das Ruder rumreißen kann, da bin ich hochmotiviert und der Podcast hat für mich so den begleitenden Charakter gehabt, der hat mir immer so einen Ausgleich gegeben, egal ob es jetzt mal eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit war, der war für mich so eine Art Refugium, darin konnte ich flüchten, darin hatte ich meinen Spaß, habe ein bisschen, ich konnte produktiv sein und das macht was mit einem psychisch gesehen, erstens wenn du den ganzen Tag im Lockdown bist und du sowieso vom Typ Mensch jemand bist, der immer was machen will, der produktiv sein will und wenn es dann nicht geht, dann sucht man sich Arbeit, dieses eigene Projekt dann auf die Beine zu stemmen und eine Folge nach der anderen raus zu hauen, das war zumindest am Anfang 2020 bis Mitte 21 für mich ein willkommener Ausgleich wieder so eine Art Routine zu haben und eine Aufgabe zu haben und die Resonanz von euch, die hat mir gezeigt, dass da tatsächlich Bedarf dafür war und wenn ich mich so in die andere Seite hinein versetze, viele Fans, die jetzt eben nicht Content Creator sind, die haben halt in der Zeit gewartet, dass neuer Content kommt, mit dem sie was anfangen können, wer hat in dieser Zeit nicht die komplette Friends Serie gebingewatched oder irgendeinen Lieblingsfilm rauf und runter gesehen und dann komme ich um die Ecke mit einem Jackie Chan Podcast und da habe ich von vielen gehört, das kam zur richtigen Zeit, denn die ganzen Lockdowns, die haben mich so mürbe gemacht, jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskam, hat es mich gefreut und ich habe das entweder im Auto gehört oder zu Hause abends im Bett oder in der Wanne oder beim Frühstück entweder alleine oder mit der Frau oder mit dem Mann oder mit der Family wie auch immer und diese Rückmeldungen zu bekommen, die haben mich freudig gestimmt und haben mir gezeigt, hey, auch wenn man keinen direkten Kontakt zu Menschen hat, man ist irgendwie doch miteinander verbunden und wenn Leute sich die Mühe machen und Danke sagen, das hat mich in dieser Zeit viel Demut gelehrt und bin auch sehr sehr dankbar darum und ja persönlich bin ich in der Zeit mit dem Podcast gewachsen ich habe gelernt ein bisschen freier zu sprechen ich habe vor allem gelernt meine Stimme ein bisschen besser einsetzen zu können um ein bisschen länger zu sprechen als sonst damit die Entzündungen nicht hochkommen das ist aber alles immer so ein bisschen individuell und nach Tagesform abhängig lange Rede kurzer Sinn ich höre mit dem Podcast nicht auf weil er mir nicht mehr gefällt oder nichts mehr bringt sondern ich höre quasi mit einem weinenden Auge auf und mit dem Ziel irgendwann wieder weiter zu machen also Fazit Fazit vom Podcast mir hat er sehr viel gebracht auf vielen Ebenen und ich hoffe euch auch dann gehen Grüße raus an die Kollegen vom Nachtprogramm dem Podcast da kam eine Frage rein würdest du sagen dass Project A2 zu Deutsch Projekt B eher zu den schwächeren Filmen gehört und wie eben zu Drunk Master 2 würde ich sagen da mache ich auch mal noch eine Folge drüber weil der Film hat auch verdient besprochen zu werden werde ich in Zukunft aber auch nicht machen deswegen ganz kurz die Antwort nö ich finde persönlich nicht dafür dass er nicht so stark ist wie zum Beispiel in Police Story 2 oder halt der erste Teil Project A Grund dafür könnte natürlich sein dass Sammo Hung und Yun Byo in diesem Film fehlen und das hat Gründe aber wie gesagt darauf gehe ich heute nicht ein denn da wird es eine Überraschung im nächsten Jahr geben später dazu mehr ja und dann zum Schluss noch eine Frage von einem Fan beziehungsweise von einem Zuhörer wie hast du dich als Fan durch den Podcast verändert das ist auch eine tolle Frage wie habe ich mich als Fan durch den Podcast verändert ich glaube der Podcast hat mich gar nicht so sehr verändert als Fan sondern der Podcast war das Ergebnis einer Veränderung die schon lange angehalten hat denn man muss bedenken ich habe 1994 die erste VHS Kassette gekauft ich habe die Autobiografie relativ früh gelesen aus dem Fernsehen die Sendungen aufgezeichnet Interviews aufgezeichnet als er beim Rab war als er bei Wetten Das war alles noch von Hand zu Fuß das heißt ich bin schon ewig dabei habe mir eine Musik Sammlung aufgebaut ich und war irgendwann an dem Punkt und das war schon nach meinem ersten Filmführer um 2009 so rum wo ich eine Entscheidung treffen musste entweder mietest du jetzt ein Museum an und lagerst alles ein oder du trennst dich von ein paar Sachen und fokussierst dich auf das was dich wirklich interessiert und was mich durch die Recherche vom ersten Filmführer das war 2008 am meisten interessiert hat waren die Informationen so blöd es sich anhört aber es hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so entwickelt dass ich quasi die Datenkrake im Jackie Chan Extended Universe wurde und aus allen Richtungen Informationen zusammensuchte um daraus neuen Content zu produzieren und der Podcast war wie gesagt ein Ergebnis von dieser Entwicklung ich habe ein paar Hauptsammelfelder wie natürlich die Filme die Bücher und die Jackie Chan Fan Club Unterlagen das ist schreiben kann beziehungsweise so ein Podcast füttern kann also der Podcast an sich hat mich nicht so verändert aber er hat mein Fansein gefestigt und vor allem darin bestätigt dass ich für mich persönlich denselben Film nicht in 20 verschiedenen Medien haben muss aus 20 verschiedenen Ländern in 20 verschiedenen Cover Arten es gibt zwar Beispiele da ist es so vor allem durch die ganzen 88 Films Veröffentlichungen habe ich jetzt einen Film doppelt und dreifach aber die Teile sind einfach Kunstwerke da gibt es noch andere Gründe die zu kaufen aber die ganzen Informationen rund um Jackie Chan sind das was mich am meisten interessiert deswegen auch in Zukunft werde ich mich von ein paar Dingen trennen ich will jetzt hier keine Verkaufssendung draus machen aber achtet gerne mal auf Facebook oder Instagram oder schreibt mich an denn Content gibt es genug und ansonsten wie hat mich der Podcast als Fan verändert es hat es hat es hat sich komprimiert würde ich sagen also das was ich vorher schon getan habe hat sich jetzt noch mehr komprimiert und ich habe mich noch mehr auf Informationen und Daten fokussiert gefestigt und helfe anderen ihre Sammlung aufzubauen und versucht daraus dann Informationen zu ziehen also man füttert sich gegenseitig Datenkrake klingt jetzt so ein bisschen fies aber ich lasse es einfach mal so stehen ja das waren jetzt so ein paar Fragen wie gesagt auf alle kann ich nicht eingehen es waren noch ein paar weitere aber ich hoffe ich konnte euch so einen kleinen Hintergrund geben wie ich meine Folgen produziere wie das Ganze abgelaufen ist und ja wie es mich verändert hat ihr könnt ja mal in euch selbst rein hören und euch selbst fragen wie hat es euch verändert wie hat mein Podcast euch verändert was hat es euch geboten wie konntet ihr eure Sammlung vielleicht aufstocken oder was hat euch gefehlt schreibt es in die Kommentare schreibt mir persönlich wie auch immer im nächsten Abschnitt geht es darum wie ihr in Zukunft up to date bleiben könnt da gehe ich noch ganz konkreter drauf ein doch vorher machen wir einen kleinen Countdown nämlich einen Countdown in Boom Fu Das ist ein Der Reißer des Jahres Die Unbesiegbaren der Schaulen Deine Fäuste sind so schwach gegen meine eisernen Finger Töte ihn wenn du willst Mach nur einen Märtyrer aus ihm Das ist immerhin besser als als Kumpel zu leben Los doch Was ist denn du sollst ihn töten Als hätte Fastbug das Jackie Beattape Für die heutige Abschlussfolge geschrieben Zwischen den Zeilen kann man hier Immer so ein bisschen was rein interpretieren Aber ich habe die Tracks ja auch nicht Ohne Grund ausgesucht Auf dem ganzen Beattape von ihm Produziert von Fiebertraum Productions Gibt es noch viele viele weitere Hört rein ihr werdet es nicht Bereuen So dann kommen wir mal Langsam aber sicher Fast zum Abschluss Ich habe noch zwei Überraschungen für euch Am Schluss noch ein paar Fragen Aber zuerst gehen wir mal auf die Frage ein Ja wie bleibe ich jetzt up to date im JCEU Und da gehe ich jetzt einfach mal so ein paar Anlaufstellen durch Die ich für euch noch Füttern werde in Zukunft Angefangen bei Instagram Da knacke ich mittlerweile Beinahe die 600.000 Follower Also wenn ihr das gerne unterstützen möchtet Gerne jederzeit Dort werden weiterhin Reels, Beiträge und Storys geteilt Vor allem die Storys werde ich für Updates nutzen Und ich bin am überlegen Ob ich tatsächlich Die CFL wieder einführen soll Den meisten dürfte CFL Also CFL steht für Close Friends List Jetzt nichts sagen Aber Ich hatte im Verlauf des Meisterler Podcasts Eine Freundesliste bei Instagram Die Hintergrundinformationen zum Podcast Vorab mitgeteilt bekam Die durften mitentscheiden Welche Themen soll ich besprechen Wie lang soll so eine Folge dauern Wo soll es hingehen Und es war halt nur für eine bestimmte Zielgruppe gedacht Meine sogenannten Jackie VIPs Grüße gehen raus Und ich bin wie gesagt am überlegen Ob ich das für nächstes Jahr wieder einführen soll Denn wenn die Zeit vom Podcast wegfällt Hätte ich Zeit hierfür Und das ist wirklich Relativ geringer Aufwand Denn da kommt auch nicht regelmäßig was raus Immer mal so Wenn es sich gerade ergibt Wird in einer Zwei, drei, vier, fünf Stories Ein Textbeitrag geteilt Ein Foto geteilt Ihr könnt abstimmen Ihr könnt eure Meinung dazu sagen Und wir sind als kleine geschlossene Gruppe Dort quasi Also ihr könnt nicht sehen Wer da noch drin ist Aber Als kleine Gruppe Sind wir quasi die Jackie VIPs Im Jackie Chan Extended Universe Ihr könnt mir ja mal sagen Ob ihr Bock drauf hättet Ich überlege das tatsächlich wieder einzuführen Ich gehe mal stark davon aus Dass die, die damals schon drin waren Auch gerne wieder aufgenommen werden wollen Zweite Anlaufstelle Wird weiterhin Facebook bleiben Dort teile ich Archivbeiträge Denn Seit wann bin ich bei Facebook? 2011, 2013 Keine Ahnung Da hat sich sehr viel angesammelt Und Neues kommt immer wieder dazu Auch meine ganzen Blogartikel Werden dort geteilt Und andere Content Creator Verlinken mich dort natürlich auch weiterhin Facebook ist und bleibt Leider Immer noch so Das Netzwerk schlechthin Ich habe schon so oft versucht Mich davon zu trennen Aber es bleibt Das ist ein anderes Thema Was auch bleibt ist YouTube Jackie Chan Deutschland Könnt ihr gerne mal suchen Da sind es mittlerweile Ich glaube 55.000 Follower Dort wird es in Zukunft ein bisschen weniger Material geben Was auf jeden Fall immer up to date sein wird Werden die Quai Show Videos sein Das sind sogenannte Kurzvideos im Hochformat Die kommen straight out of China Jackie hat Also Jackie ist ja Spokesperson für die Firma Quai Show Der ist ja quasi testimonial dafür Und hat seinen eigenen Kanal Wo er von Zeit zu Zeit Material teilt Ich nehme das Material Und übersetze das Baue Untertitel ein Und teile das Sowohl auf YouTube Als auch auf Instagram Es werden noch ein paar Trailer folgen Immer mal Wenn was Neues kommt Und definitiv Bleibt dort Das Meister aller Podcast Archiv Also YouTube Gerne auch abonnieren Was in Zukunft Weiter gepflegt wird Ist meine Jackie Chan Webseite JackieChan.de Dort vor allem Ja Die ganzen Publikationen An denen ich Entweder mitgearbeitet habe Oder selber Drangearbeitet habe Und der Blog Dient mir persönlich So ein bisschen als Tagebuch Denn wer zwischen den Zeilen lesen kann Erkennt hier auch immer So einen aktuellen Bezug raus Und ich versuche hier Die Artikel zu teilen Die relativ schnell gehen Aber halt auch lesenswert sind Ich habe in der Vergangenheit Unfassbar detaillierte Artikel Dort geschrieben Wie zum Beispiel Den Stunt Team Artikel Da kannst du dir Ein Wolf scrollen Oder den Artikel Über die 60er Jahre Jackie Chan als Kind In Filmen Der ist unheimlich gut recherchiert Die werden immer mal Abgedatet Aber solch große Umfangreiche Artikel Werden auf Der Webseite Nicht mehr folgen Das sage ich wohlwissend Dass ich noch unheimlich viele Auf Lager habe Aber eventuell Werde ich aus diesen Artikeln Ein Buch gestalten Später dazu mehr Ja Ein Artikel ist noch geplant Für die Website Ich weiß noch nicht Ob er jetzt schon rausgekommen ist Im alten Jahr Oder im neuen Jahr Rauskommen wird Fastbug Aka Fiebertraum Productions Hat ja noch So seinen Gastbeitrag Geplant Da wird er ein bisschen mehr Zu seinem Jackie Beat Tape Und zu seiner Arbeit Berichten Mal schauen wann der rauskommt Also Da ist gar nicht so sehr Der Zwang Der Motivator Sondern Alles kann Nichts muss Ja Ein weiteres Steckenpferd Meiner Arbeit Im Jackie Chan Extended Universe Sind auch die Labelarbeiten Sei es jetzt entweder Die deutschen Labels Oder 88 Films Oder Alle anderen Die da vielleicht Noch kommen mögen Ich bin offen Für jegliche Kooperation Würde mich freuen Wenn Jemand zuhört Der da Was zu sagen hat Und mich eventuell Mit ins Boot nehmen möchte Können wir gerne Drüber reden 88 Films Hat tatsächlich noch Material von mir vorliegen Und das schon seit Fast zwei Jahren Und Das ist die erste Überraschung Denn ich darf heute Als erster Überhaupt Euch mitteilen Also ihr seid die allerersten Die es überhaupt Erfahren werden Dass 88 Films Nächstes Jahr Project A Und Project A Teil 2 In zumindest 2K Ob 4K Weiß ich nicht Aber 2K Neu restauriert In einem krassen Mediabook Releasen wird Ich habe die Erlaubnis Bekommen Von 88 Films Das heute hier Mitzuteilen Und Die haben den Film Schon vor langer Langer Zeit Lizenziert Beziehungsweise Wir arbeiten schon 2 Jahre An diesen Projekten Ich bin mir noch nicht sicher Ob es 2 Mediabooks werden Oder ein Komplettpaket Das weiß ich nicht Ich habe auf jeden Fall 2 Texte dafür geschrieben Und ich kann euch sagen Der eine Text davon Ist der umfangreichste Und bestrecherchierteste Den ich jemals Geschrieben habe Und da ist Material drin Das es so Nirgends gibt Also auf das Projekt Freue ich mich schon Seit 2 Jahren fast Und jetzt kann ich Endlich sagen Dass es rauskommt Wie oft habe ich in der Vergangenheit Gesagt Ich bin da noch an was dran Und ich darf noch nicht sagen Und Jetzt ist es soweit Eventuell hat 88 Films Vor mir schon Den Post rausgehauen Aber mir wurde gesagt Im Januar Geben sie es dann Offiziell bekannt Ihr habt es hier Zuerst gehört 88 Films Wird Project A Und Project A Teil 2 In einem Krassen Oder vielleicht 2 krassen Mediabooks Mit meinen Texten Und vor allem Rechercheergebnissen Zu vielen Vielen eingescannten Fotos Und so weiter Und so fort Veröffentlichen Und dann folgt auch gleich Schon die zweite Überraschung Und zwar Wurde Eine deutsche Veröffentlichung Ich glaube jetzt Über ein Jahr lang Immer mal wieder Verschoben Mir ist es Relativ egal Denn mir kommt es Immer aufs Ergebnis an Wenn das Ergebnis stimmt Dann kann es auch mal Ein Jahr dauern Aber ich darf jetzt auch Laut der Erlaubnis Von Cargo Movies Sagen Dass ich einen Text Beigesteuert habe Zu dem Upcoming Mediabook Von Hapkido Der ist derzeit noch In der Synchro Oder vielleicht jetzt Auch schon beendet Die erste Deutschsprachige Veröffentlichung Von dem Film Überhaupt In super Bildqualität Und einem Text Von mir Auch dort habe ich Versucht so viel Infos wie möglich Rein zu ballern Seid gespannt 2024 Startet direkt Voll durch Und das sind nur Die Projekte Die ich jetzt Bestätigen kann Meine Projekte Sind da noch nicht drin Da gibt es noch Ein paar offene Sachen Und wie gesagt Ich bin offen Für fast jegliche Kooperation Mit Labels Magazinen Was auch immer Wenn ihr Bock habt Schreibt mich gerne an Ja die Eastern Heroes Magazine Von Ricky Baker Die gab es in der Vergangenheit ja auch Die waren auch Ein toller Ausgleich In der ganzen Corona Zeit Für mich Und da werde ich Wahrscheinlich ab 2024 auch wieder Vertreten sein Ein Artikel von mir Ist quasi in Vorbereitung Ein weiterer Wird danach Folgen Und wie gesagt Material gibt es Genug Ich werde mal mit Ricky reden Ob es da weiter geht Ob noch ein paar Jackie Chan Specials kommen Und sehr wahrscheinlich Wird da dann auch Wieder was veröffentlicht Und diese Eastern Heroes Magazine Ja die gibt es Also meine Artikel Die gibt es nur dort drin Die werden dann nicht Irgendwo anders veröffentlicht Vorerst nicht Ich habe natürlich Die Die Rechte daran Ich habe die deutsche Das deutsche Original daran Und kann daraus machen Was ich will Aber die bleiben Vorerst nur Im Eastern Heroes Magazin Genauso wie die 88 Films Oder die Cargo Films Ähm Artikel Die bleiben im Media Book Die werden nicht Anders veröffentlicht Und das ist Exklusives Material Tiefenrecherchiert Also Überlegt euch Zwei, dreimal Ob ihr darauf verzichten Wollt oder nicht Ja das ist so ein Grober Überblick Über meine Werke Im Jackie Chan Extended Universe Und da habe ich noch Gar nicht die ganzen Ghostwriter Projekte Mit drin Ich habe jetzt Einfach mal Weil ich Ende des Jahres Noch einen Post Auf Instagram Raushauen werde Und dazu noch Näher drauf eingehen werde Habe ich mal So ein bisschen Statistik gespielt Und Habe mal so ein bisschen Was zusammengetragen Also die letzten Drei Jahre Revue passierend Fast vier Jahre Waren es 50 Podcast Folgen Insgesamt Ohne diese heutige Folge 31,13 Stunden Material Also ihr könnt euch Wenn ihr das am Stück Durchhören wollt Locker mal Anderthalb Tage Zeit nehmen Die 14 Blogartikel Die ich geschrieben habe Das waren insgesamt Über 37.000 Wörter Oder anders ausgedrückt Fast 260.000 Zeichen Also da hat die Tastatur Definitiv schon gequimt Allein die Eastern Heroes Magazine Das waren wieder Fast 17.000 Wörter 110.000 Zeichen Die Media Books An denen ich mitgearbeitet habe Das waren 14.000 Wörter 83.000 Zeichen Und Das ist fast Genauso viel Wie die drei Media Books Die noch nicht Veröffentlicht worden sind Das sind Das sind denn wieder 8.268 Wörter Ich kann es hier ganz genau Auflisten Das ist zwar total nerdy Aber es zeigt mir halt Oder uns allen Wie viel Aufwand Schreiben Eigentlich bedeutet Und das ist ja nur Das Ergebnis Da sind ja noch nicht Die ganzen Dinge drin Die wieder verworfen wurden Die ganzen Umschreibungen Die Rewrites Die Paragrafen Die gelöscht wurden Und so weiter Und so fort Auf YouTube habe ich Über 300 Videos geteilt Oft mit Übersetzungen Und Untertiteln dazu Auf Instagram Waren es über 480 Instagram Posts Auch hier mit Untertiteln Und Captions Und Hintergrundinformationen Facebook habe ich Den kompletten Überblick verloren Da waren es Locker über 500 Posts Dazu kamen Dutzende E-Mails Kollabos Recherchehilfen Textanfragen Aus aller Welt Erst vor kurzem Kamen wieder Einige Anfragen rein Eventuell ergibt sich Da was auch Im neuen Jahr Es wird mich Mega freuen Denn Das war eine Anfrage Von Einer Schriftsteller Kollegin Schrägstrich Künstlerin Die Für Marvel und DC Schon gearbeitet hat Und Das wird mich Unheimlich glücklich Machen Wenn ich mit ihr An ihrem Projekt Mitarbeiten dürfte Und Diese ganzen Sachen Im Hintergrund Die keiner mitbekommt Ja Es ist quasi Ein 24 Stunden Job Der überhaupt nicht Bezahlt wird Um es mal so Auszudrücken Und da habe ich Jetzt noch gar nicht Die ganzen Sachen drin Die noch nicht Veröffentlicht worden sind Oder meine Ideen Bevor ich aber Darauf Eingehe Möchte ich an dieser Stelle noch sagen Dass ich Mit Meinem Podcast Mit YouTube Mit Instagram Und Facebook Kein Geld verdiene Das ist alles Nicht monetarisiert Denn Das ist jetzt schon Eine Zeit lang her Aber ich bekam da mal Irgendwann Eine Nachricht von Jemandem Die Ziemlich kritisch war Dass ich ja So viel Kohle Machen würde Und ich sollte doch Jetzt mal irgendwie Ein paar Inhalte Von anderen teilen Und ich wusste Ehrlich gesagt Gar nicht Wie ich darauf Reagieren sollte Weil für mich war klar Das sieht man von außen Dass da kein Geld Mit verdient wird Anscheinend war das Nicht so Und ich habe das Mal klargestellt Und derjenige Hat sich dann auch Entschuldigt Wobei es mir gar nicht Um die Entschuldigung ging Sondern tatsächlich Um die Optik Und da habe ich mal Überlegt Ist das Kommt das so rüber Dass ich damit Geld Verdiene Denn dem ist nicht so Also das kann ich jetzt Hier und ganz Klipp und Klammer Sagen Mit dem Podcast Verdiene ich kein Geld Mit YouTube Verdiene ich kein Geld Und mit Instagram Verdiene ich kein Geld Ich könnte das machen Ich habe beste Voraussetzungen Dafür 600.000 Follower Fast bei Instagram 55.000 bei YouTube Meine ganzen Artikel Und so Ich könnte da wirklich Ein Geschäft draus machen Aber Ne Dem ist nicht so Stattdessen möchte ich Den Zuhörern Fans Und Freunden Von mir danken Die mich in der Vergangenheit Die mich in der Vergangenheit vor allem In einer schwierigen finanziellen Lage Als ich diese gesundheitlichen Probleme am Anfang hatte Und jede Menge Kohle brauchte Und jede Menge Kohle brauchte Um akut wirklich behandelt zu werden Die mir mit Spenden ausgeholfen haben Und jetzt sage ich was Kontroverses Das waren keine Tausende von Euro Aber jeder einzelne Euro Hat mir Gezeigt Dass Menschlichkeit In dieser krassen Zeit Immer noch vorhanden war Und dass es Leute gibt Die selbst wenn man sich persönlich Noch nie gesehen hat Einem am Herzen liegen Und man Wenn man ein bisschen was davon abgibt Dem anderen schon helfen kann Mich hat das nicht nur motiviert Sondern mir hat das auch finanziell ein bisschen geholfen Und deswegen an dieser Stelle Ein ganz ganz großes Dankeschön An jeden Einzelnen von euch Der mir in der Vergangenheit Ein bisschen was gespendet hat Ich habe das definitiv einsetzen können Und ich habe versucht Daraus auch immer ein bisschen Content zu produzieren Damit ihr was im Gegenzug davon habt Ja das zu dem Thema Wie ihr in Zukunft up to date bleiben könnt Im Jackie Chan Extended Universe Ich habe da noch so ein paar Ideen Beziehungsweise ich hatte da so ein paar Ideen Den neuen Filmführer habe ich angesprochen Der kommt frühestens 2028 raus Da arbeite ich seit dem zweiten Teil dran Das ist einfach so Ich habe genug Material für den zu füllen Aber eventuell kommt vorher noch ein anderes Buch Vielleicht eine Jackie Biografie Anderer Art Da geht es dann nicht um die Standarddaten Die man überall so findet Wann er geboren ist Und wie er aufgewachsen ist Und dass er fast mal verkauft wurde Als Kind Ne da geht es um ganz andere Sachen Und da will ich noch gar nicht vorweggreifen Ich weiß noch nicht ob ich die schreiben werde Aber ich hätte schon Bock drauf Ja ein anderes Steckenpferd Was ich immer mal angesprochen habe Waren Audiokommentare für Filme Und das ist eigentlich ein Projekt Was ich in Zukunft machen möchte Aber auch das steht und fällt mit meiner Gesundheit Denn wenn ich nur 10 Minuten am Stück reden kann Und müsste dann 20 Minuten Pause machen So kann man kein Audiokommentar effizient aufzeichnen Ich habe es versucht in der Vergangenheit Es hat so nicht hingehauen Deswegen weiß ich wo dran ich arbeiten muss Und das schreibe ich mir für 2024 auf die Fahne Das heißt 2024 wird Ich sag mal so rehabilitiert und trainiert Und experimentiert Um vielleicht Ende des Jahres feststellen zu können Audiokommentare könnte was werden oder nicht Die werden definitiv anders klingen als mein Podcast Die müssen viel besser konzipiert werden Das ist eine Heidenarbeit Aber das ist eine Herausforderung Die ich gerne annehmen möchte Und ich hätte Bock drauf Und da gibt es hunderte von Filmen Die man besprechen könnte Und ich hätte einiges zu erzählen Eine andere Idee war noch ein eigenes Jackie-Fanzine Also ein Fanmagazin Das von mir quasi gestaltet und vertrieben wird Und zwar nicht digital Sondern tatsächlich ausgedruckt Das war so ein Retro-Aspekt Den ich wieder aufleben lassen wollte Aber auch das ist einfach zu zeitaufwendig Und heutzutage kommen noch Bildrechte mit dazu Es ist einfach nicht mehr so wie Ja vor 20 Jahren Dass man einfach mal ein Bild aus dem Netz ausdrucken konnte Und hat das dann dem Fanclub verteilt Nee da will heute jeder sein Stück vom Kuchen abhaben Und in gewisser Weise ist das auch gerechtfertigt Ich meine mir geht es nicht anders Wenn man meine Texte kopieren würde Und die einfach verkaufen würde Würde ich auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen Denn ich habe die ja geschrieben Das heißt das Jackie-Fanzine wird so nicht kommen Aber ich fände es schon toll So eine Art 90er Jahre Fanclub-Heft Oder Vierseiter in der Post zu haben Das hätte auf jeden Fall einen schönen Charakter finde ich Ja und dann die vierte Staffel im Meister aller Podcasts Da bin ich jetzt schon ein paar Mal drauf eingegangen Ich sage definitiv hier und heute ist Schluss Das habe ich eben erklärt wie ich das meine Ich behalte mir aber das Recht vor Irgendwann wieder neu anzufangen Und da überlege ich Wird es eine vierte Staffel Oder wird es ein ganz neuer Podcast So und wenn es ein ganz neuer Podcast wird Dann brauche ich auch ein ganz neues Konzept Und da kommen die anderen Ideen Die ich eben erwähnt habe Mit einem Spiel die man kombinieren könnte Also wie ihr seht Es dreht sich einiges Im Jackie Chan Extended Universe Und es wird immer weiter gehen Zum Thema Fantreffen Was ich eben erwähnt habe Beziehungsweise auf die Frage eingegangen bin Ob ein Fantreffen in Deutschland möglich ist Ich hätte Bock drauf Ich glaube aber für nächstes Jahr 2024 Ist das definitiv nicht möglich Zu kurzfristig Beziehungsweise werden Fans Geld ausgeben Um Jackys 70. Geburtstag mitfeiern zu können Stand dieser Aufnahme Anfang Dezember Haben wir noch keine Neuigkeiten bekommen Ob Jackie ein Fantreffen in China abhalten wird Am 7. April zu seinem 70. Geburtstag Wir müssen mal schauen Wie sich das ergibt Ich kann mir aber vorstellen Dass sich in diesem Atemzug einige Fans treffen Und es dann privat von zu Hause aus feiern werden Es wird im Sommer 2024 Noch ein zweites Jackie Chan Stunt Team Camp geben Über mehrere Tage Das erste im Jahr 2023 War mega erfolgreich Und Action Darstellerinnen und Darsteller Stuntmen und Stuntfrauen Kampfkünstler und Filmemacher Aus aller Welt Haben sich dort getroffen Und haben ein paar Tage lang trainiert Gelernt Sich kennengelernt Aufgezeichnet Mit dem Stunt Team gearbeitet Und das waren richtig krasse Aufnahmen Die man dort gesehen hat Philipp hat gesagt Also der Initiator Wir machen das nächstes Jahr nochmal Mich hat diese Diese prompte Ankündigung Dass es bald ein zweites geben wird Echt überrascht Und ich werde mit Philipp Noch ein Interview führen Und dazu auch einen Bericht schreiben Und Ja Weil nächstes Jahr So viel ansteht in China Bin ich halt am überlegen Wenn das alles mit meiner Gesundheit einher geht Ob es sich nicht rentieren würde Rüber zu fliegen Ich muss ganz ehrlich sagen Ich hätte mehr Bock auf Stunt Camp Das klingt jetzt erstmal fies Weil Ja Jackie wird nur einmal 70 Ähm Aber zweimal rüberfliegen In einem Jahr Ist glaube ich nicht drin Auch finanziell nicht Aber so als Das Problem beim Stunt Team Beim Stunt Camp Ist halt Ich gehöre keiner Kampfgruppe an Und bin auch kein Stuntman Oder Filmemacher Das heißt Ich hab da eigentlich gar nichts zu suchen Die Bewerbungen laufen schon Ich könnte halt mit Philipp reden Ob ich da vielleicht als Beobachter Als Redakteur Als Content Creator Mit dabei sein dürfte Und wenn es nur für einen Tag wäre Ich denke schon Dass das möglich wäre Da hätte ich wirklich Bock drauf Ich werde mal schauen Wie sich das ergibt Der 70. Geburtstag von Jackie Ist echt kurzfristig Wir reden hier von Vier Monaten Vorbereitungszeit Ich persönlich werde wahrscheinlich Nicht anwesend sein Selbst wenn er sagt Wir machen das Obwohl wenn er sagt Wir machen es in Berlin Dann das wäre möglich Aber warum soll er das sagen Das wird entweder in Peking Oder in Shanghai Stattfinden Ich gehe eher mal von Peking aus Was ich damit sagen will 2024 gibt es Bis jetzt Zwei Großereignisse Über die ich Natürlich auch berichten Werde Also ich muss drüber berichten Das ist einfach Meine mir selbst auferlegte Aufgabe In welcher Form das passieren wird Weiß ich nicht Ich würde gerne vor Ort sein Wenn ihr auch gerne vor Ort sein würdet Nehmt doch Kontakt mit mir auf Und vielleicht lässt sich da Ein bisschen was draus machen Vielleicht habt ihr ja auch Ideen für Content Oder ihr seid schon eingeladen Oder Eure Bewerbung wurde Wurde für Stuntcamp angenommen Und ihr werdet definitiv da sein Tritt mit mir in Kontakt Und vielleicht kann man da Ja so ein bisschen Content teilen Das zu dem Thema Up to date Im JCEU Wie ihr seht Alles kostet enorm viel Zeit Enorm viel Geld Und ich mache damit Weder das eine noch das andere Spenden sind immer gerne willkommen Aber ich promote das ehrlich gesagt nicht Weil da komme ich mir ein bisschen blöd vor Und es soll ja auch Ein Hobby bleiben Es ist mehr als ein Hobby Es ist definitiv mehr als ein Hobby Das schon seit vielen vielen Jahren Eigentlich seit dem ersten Jackie Chan Filmführer Und es wird im nächsten Jahr Noch krasser werden Wir werden sehen Wohin mich persönlich Das Jackie Chan Extended Universe treibt Und wie das sich alles gestaltet Ich habe jedenfalls jede Menge Ideen Jede Menge Freude dran Die Ideen mit euch zu teilen Und das ist so mein Fazit Der letzten drei Fast vier Jahre Podcast Es würde mich interessieren Wie ihr euer Fazit zieht Deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet Die ich euch stellen werde Also Nehmt euch doch Stift und Papier Oder setzt euch vor den Rechner Oder Macht's Notepad auf Oder das Handy Oder was auch immer Und tippt ein bisschen was mit Nach einer kurzen Musikalischen Unterbrechung Einem Lo-Fi-Flashback Geht's dann weiter Mit dem letzten Tagesordnungspunkt In der Abschlussfolge Im Meister aller Podcasts Wenn ein Mann sterben muss Und hat solche Freunde Das ist eine Ehre Ein fluke Untertitelung im Auftrag des Zť profesionales Für den Normalverbrauch kann sich deine Technik ja sehen lassen. Aber wenn du mal einen richtig starken Gegner vor dir hast, kommst du leicht ins Schleudern. Na na, komm, nicht gleich mit Steinen schmeißen. Wozu hast du Hände? Deine Fußtechnik soll tödlich sein, habe ich gehört. Jedes Kind kennt dich als großen Kämpfer. Es ist nur traurig, dass du dich als Killer verkaufst. Das bringt mir gutes Geld. Heute verdiene ich wieder 500 Dollar. Ach so. Das kriege ich dafür, dass ich dich erledige, mein Freund. Was sagst du? Wer hat dir den Auftrag gegeben, mich umzubringen? Ich bezahle dir zweimal so viel, wenn du ihn umbringst. Hört sich gut an, aber ich kann das nicht akzeptieren. Ich habe den Auftrag angenommen und ich führe ihn aus. Das bin ich meinem guten Ruf schuldig. Das werden wir ja sehen, ob du ihn ausführen kannst. Ich habe jedenfalls keine Angst vor dir und deinen faulen Tricks. Meine Bronzefaust ist stärker. Ich breche dir alle Knochen im Leib. Gegen mich hast du keine Chance. Ja, ich hoffe, ich habe meinen Auftrag ausgeführt und die Abschlussfolge im Meisteraller-Podcast zu eurer Zufriedenheit gestaltet. Das war der vorerst letzte Song des Jackie B-Tapes von Fast Bug, produziert von Fiebertraum Productions. Wir werden am Schluss noch einen kleinen Abschiedstrack hören. Bis dahin habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet und zwar für euch. Ihr habt mich ja gefragt, wie ich mich als Fan durch den Podcast verändert habe und welches Fazit ich ziehe. Kleine ausgezeichnete Frage und darauf bin ich eben ausführlich eingegangen und die Frage möchte ich einfach mal als Ball zurückspielen. Wie habt ihr euch denn durch diesen Podcast verändert als Fan und welches Fazit würdet ihr ziehen, was den Podcast angeht? Ich habe aber noch ein paar weitere Fragen, die Jahre in die Zukunft reichen. Also, Frage Nummer 1. Ich werde die gar nicht durchnummerieren. Ich werde die einfach mal stellen und ihr könnt euch dann ja raussuchen, was ihr wollt und mir bitte eure Antworten schreiben über Facebook, WhatsApp, Instagram, E-Mail und was weiß ich nicht noch alles. Ganz plumpe Frage für den Anfang. Wollt ihr einen neuen Jackie Chan Filmführer im bekannten Format? Bekanntes Format, was meine ich damit? Ihr kennt vielleicht meine Bücher, den Jackie Chan Filmführer Teil 1, Teil 2. Die unterscheiden sich höchstens in der Dicke. Das Format ist aber das gleiche. Das heißt, pro Seite ein besprochener Film in der Filmografie von Jackie. Und am Schluss gibt es noch Hintergrundinfos zu unbekannten Rollen, Bezügen, Dokumentationen und so weiter und so fort. Im zweiten Teil habe ich das Ganze noch ergänzt um Serien, um Interviews. Es wurde immer dicker, immer dicker. Die Frage ist, wenn jetzt ein dritter Filmführer von mir erscheint, soll das in diesem bekannten Format fortgeführt werden? Ich frage deshalb, denn das nächste Buch wird definitiv über 400 Seiten, wenn nicht sogar 450 plus Seiten haben. Und ab dann wird das Teil dick und teuer. Ich will natürlich keinen Preis von 40 Euro veranschlagen, sondern ich will es ja so günstig halten, damit sich jeder das Teil leisten kann und nachschlagen kann für die Zukunft. Ich persönlich bin Freund von der gefestigten Filmografie, dass man wirklich pro Seite sieht, okay, welcher Film kommt wann in einer gewissen Reihenfolge. Da hat sich viel verändert durch Neuentdeckungen und so weiter. Die Frage ist halt, was soll da alles noch dazu? Oder soll ich vielleicht ein ganz anderes Format bedienen, so wie das zum Beispiel Leo Moser mit dem Eastern-Lexikon gemacht hat? Oder Ricky Baker jetzt im neuen Essential-Guide fürs Hongkong-Kino. Das jetzt dürfte Mitte Januar verschickt werden, glaube ich. Quasi als Fließtext, wo jeder Film besprochen wird in einer Art Review oder Rezension. Da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu sagen, wenn ein neuer Filmführer über Jackies filmisches Werk rauskommt, was wollt ihr alles da drin stehen und sehen und lesen? Seid kreativ. Dann eine verwandte Frage. Wollt ihr weitere Bücher oder Magazine von mir über Jacky lesen? Das können jetzt natürlich gedruckte Werke sein, aber auch reine E-Books. Das können Artikel sein, die so mächtig sind, dass man sich einen Wolf scrollen muss, die vielleicht als E-Book verteilt. Ich rede hier zum Beispiel vom Stunt-Team oder den 60er-Jahre-Filmen. Da könnte ich ein E-Book draus machen, das locker 40, 50 Seiten umfasst. Für 2, 3 Euro über Amazon vertrieben, wird den ein oder anderen interessieren. Ist natürlich aufwendig, wenn man die ganzen Bildrechte beachten muss, aber einfach mal die Frage an euch, wird euch sowas interessieren? Oder ein ganz anderes Buch über Jackies Musik, über Jackies Biografie, wie ich eben schon erwähnt habe. Auch da seid gerne kreativ, geht in die Tiefen des Jackie Chan Extended Universe und sagt mir einfach mal eure Meinung. Oder wünscht ihr euch eine Dokumentation über Jackie? Und wenn ja, was soll darin besprochen werden? Also eine Dokumentation im Sinne von Film. Eine filmische Dokumentation. Anderthalb Stunden Minimum über Jackie. Aus welcher Perspektive? Was soll beleuchtet werden? Welche Leute sollen darin auftreten? Welche Leute sollen interviewt werden? Soll er selber mit dran arbeiten? Wir wissen alle, seit ein paar Jahren arbeitet er an der eigenen Dokumentation namens Down to Earth. Ob die jemals das Licht der Welt abblicken wird, sei dahingestellt. Da bin ich in der letzten Folge drauf eingegangen. Deswegen einfach mal die Frage, wollt ihr eine neue Dokumentation über Jackie haben? Und wenn ja, wie soll die aussehen? So, und dann für den Fall der Fälle, dass entweder Staffel 4 im Podcast kommt irgendwann oder ein neuer Podcast im Jackie Chan Extended Universe. In welchen Abständen wollt ihr die Episoden präsentiert bekommen? Alle zwei Wochen, einmal im Monat, einmal im Quartal. Auch da seid gerne kreativ. Wie soll ein Neuanfang in einem Podcast über Jackie Chan aussehen? Und dann natürlich die Frage, die ich euch eben schon gestellt habe. Wie habt ihr euch in den letzten Monaten, Jahren als Fan verändert? Bitte beachtet hier auch die Corona-Zeit, die Lockdowns, vielleicht finanzielle, gesundheitliche Schwierigkeiten, was auch immer. Ihr müsst da gar nicht so sehr privat ins Detail gehen. Aber es wird mich einfach mal interessieren, ob ich hier Bestätigung finde in meiner Veränderung oder ein komplettes Konträrprogramm erlebe, sodass zum Beispiel einer gesagt hat, ey, ich bin jetzt gerne zu Hause im Lockdown, da fühle ich mich wohl, was mir höchstens mal eine Zeit lang so gegangen ist. Und dass jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier ein Haus gebaut und mit einer Männerhöhle drin und die Männerhöhle, die hat jetzt noch mehr Fanartikel, als ich vorher hatte. Ich pumpe jetzt all mein Geld da rein. Ich gehe nicht mehr vor das Loch, sondern bleibe in meiner Männerhöhle. Kann ja sein. Es würde mich einfach interessieren, wie ihr damit umgegangen seid und wie ihr in Zukunft damit umgehen werdet. Eine verwandte Frage, worauf legt ihr in eurer Sammlung Wert? Sind es die Filme? Sind es die verschiedenen Arten von Filmen? Habt ihr vielleicht sogar noch eine VHS-Sammlung oder LaserDisc? Wollt ihr die ungeschnittenen Versionen haben im Originalton? Lest ihr gerne Bücher? Oder was sammelt ihr überhaupt? Das würde mich auch interessieren und von welchem Sammlerstück würdet ihr euch niemals trennen? Stellt euch mal den schlimmsten Fall vor, das Haus brennt und die ganze Sammlung steht in Flammen und ihr könnt nur ein Teil retten. Was wäre das? Ich wüsste, was es wäre bei mir. Ich sage es aber nicht, vielleicht irgendwann mal. Macht euch mal Gedanken und überlegt, was ist euch am wertvollsten aus der Sammlung und vor allem warum? Ist es vielleicht das Teil, was am meisten Geld gekostet hat? Oder ist es das Teil, was vielleicht ganz billig war, aber mit einer Erinnerung verknüpft ist? Das sagt schon viel über einen selbst aus, meiner Meinung nach. Und angenommen, der 70. Geburtstag von Jackie wird gefeiert mit Fans und ihr habt die Chance, ihn persönlich dort zu treffen und kennenzulernen. Welches Sammlerstück würdet ihr gerne von ihm signiert bekommen? Ist es eine Figur? Ist es ein Film, ein Plakat, ein Heft, ein Buch, ein Stück Stoff, ein T-Shirt, was auch immer? Ein Käppi, sagt mir gerne mal, was ihr signiert haben wollt und was sollte Jackie euch da draufschreiben? Und dann nochmal zu der Frage eines deutschen Fantreffens. Darauf bin ich jetzt schon zweimal eingegangen. Jetzt die Frage an euch. Wollt ihr ein deutsches Fantreffen haben? Mit der Zusatzfrage, das ich organisiere. Ich nicht alleine, sondern ich werde mir da definitiv Leute mit ins Boot holen. Wenn ihr das jetzt hört und ihr sagt, ich hätte Bock auf ein Fantreffen und ich würde sogar mithelfen im Orga-Team, dann meldet euch bei mir. Sagt mir, was ihr gerne machen würdet, wie ihr euch so ein Fantreffen vorstellt und dann reden wir da mal drüber. Bedingung ist folgendes. Ich muss mich auf euch verlassen können. Wenn ihr jetzt sagt, ich mache mit, dann macht ihr mit. Das Treffen muss in der Mitte Deutschlands stattfinden, Frankfurt oder so in der Nähe. und es muss was Spezielles sein. Nicht einfach nur ein Treffen, wo man sich mal kennenlernt und Kaffee trinkt, sondern ich will was Spezielles machen. Wenn ich sage, ich will was Spezielles machen, ist das alles rein hypothetisch. Mich würde einfach mal interessieren, wie ihr an diese Sache jetzt rangehen würdet. Wenn ich jetzt sage, wir machen ein Fantreffen, was wäre der erste Schritt, was ihr tun würdet und würdet ihr mithelfen? Und dann noch eine Frage, die so die Zukunft im Blick behält. Was wünscht ihr euch generell von Jackie in den nächsten fünf Jahren? Jackie hat sich in den letzten Filmen immer mal versucht, wieder neu zu erfinden und man erkennt mittlerweile so eine Tendenz, dass er in Richtung Drama geht. Die alten Actionfilme lässt er natürlich immer mehr, ich will nicht sagen links liegen, aber er verabschiedet sich langsam aus dem aktiven Dienst als Actionheld und blickt wehmütig auf die Actionjahre zurück und das ist so ein Übergang in diesen Filmdramen und da würde mich einfach mal interessieren, weil auch noch so viele Filme offen sind, die bald kommen werden, was würdet ihr euch von Jackie wünschen im Filmbereich? Welche Filme sollte er spielen? Welche Rolle sollte er spielen? Und sollte er vielleicht gar keine Filme mehr machen und vielleicht mehr Musik machen oder als Künstler tätig sein? Das wissen auch wenige, dass Jackie einen sehr künstlerischen Aspekt hat, was bildende Kunst und Architektur angeht und auch Historie. Vielleicht macht er wieder ein Museum auf. Keine Ahnung. Was wünscht ihr euch? Und dann die Frage aller Fragen wie im Bewerbungsgespräch. Wo seht ihr euch als Fan in 10 Jahren? Ich weiß, das ist eine lange Zeit, 10 Jahre in die Zukunft zu blicken. Dann wird Jackie 80 werden. Dann sitzen wir hier vielleicht und sprechen über ein Fantreffen, wenn Jackie 80 wird. Krasse Vorstellung. Aber wo seht ihr euch als Fan in 10 Jahren? Mit Hinblick auf die ganze Technik. Wenn zum Beispiel haptische Medien, also Discs, vielleicht gar nicht mehr existieren werden und alles nur noch digital verfügbar ist, wie wird eure Sammlung aussehen? Überlegt mal, mich würde es interessieren, wenn ich so viele Antworten wie möglich bekommen werde und ich werde natürlich auch auf jede einzelne Antwort eingehen und mit dem oder derjenigen darüber reden oder schreiben. Einfach mal so eine kleine Hausaufgabe als Abschied von mir an euch. Und das soll es für die heutige Folge im Meisterler Podcast gewesen sein. Ja, der Zeitpunkt ist gekommen, sich zu verabschieden und ich mache das auch ganz kurz und schmerzlos, denn es war mir eine Freude, fast vier Jahre, 50 Folgen lang, den Meisterler Podcasts zu moderieren, zu kreieren und auszudehnen. Ich bedanke mich an dieser Stelle an all meine Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle Unterstützer und Spender, an alle Ideengeber und Kritiker. Ihr habt dafür gesorgt, dass es weitergeht und mich bei Laune gehalten. Ich hoffe, ich habe euch bei Laune gehalten und ihr konntet was aus diesen Folgen mitnehmen und ihr blickt genauso positiv in die Zukunft wie ich. Es ist kein Weltuntergang, der Meisterler Podcast wird beendet mit der Klausel, dass es irgendwann weitergeht. Denn Stillstand ist Rückschritt, es muss vorangehen und das ist meine Philosophie, deswegen wird es auch vorangehen. Und zwar mit einem kleinen Abschlusslied, Farewell, Big Brother, finde ich einen super Titel, einen super Track, produziert von Fiebertraum Productions und Fastback. Grüße gehen raus an Tommy, vielen Dank, dass ich dein Tape benutzen darf für die heutige Abschlussfolge. Danke nochmal an alle Zuhörer da draußen, habt Spaß beim Scrollen, wir bleiben in Kontakt, wir hören uns, bis dann, euer Thorsten, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du hattest vollkommen recht. Alle Feinde des schwarzen Drachen müssen sterben. bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß, ich kann nie gut machen, was du für mich getan hast. Ich werde dich nie vergessen. Moment, Moment, halt, stopp, 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 stopp. Ich habe was vergessen. Was wäre denn der Meister der Podcast ohne sein Titellied? Das Originale. Das erste Lied von Jackie Chan überhaupt, das er aufgezeichnet hat. Kung Fu Fighting Man aus dem Film The Young Master von 1980. Deutscher Titel, Meister aller Klassen. Und damit verabschiede ich mich aus dem Meister aller Podcast, dem ersten und einzigen Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Mein Name ist Thorsten Bose. Und an anderer Stelle sehen wir uns, hören wir uns, lesen wir uns. Macht's gut. Und ciao. It's slow that I've been walking. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018